Was wird das da? Du hast gesagt, ich soll aufräumen. Ich räume auf. Du kannst doch nicht einfach alles in die Kammer werfen. Du kannst mir entweder sagen, was ich tun soll oder wie ich es tun soll, aber es geht nicht beides. Wir sind nicht beim Sex. Und was ist, wenn einer da reinkommt? Die kommen doch nur zum Essen her. Keiner von denen wird da reinsehen. Na, das weißt du nicht. Falls jemand die Toilette sucht, könnte er die Tür aufmachen. Das wäre nicht tragisch. Es könnte gut sein, dass irgendwo da drin ein Klo ist. Na schön, aber ab morgen werden wir Ordnung in das Chaos bringen. Dafür müssen wir einfach schalten, die Kammer zeigen. Wieso? Ha, das weißt du nicht. Er ist ein verrücktes Genie in Sachen organisieren. Auf allem, was in seiner Wohnung ist, klebt ein Etikett. Sogar auf dem Etikettiergerät klebt eins, auf dem Etikettiergerät steht. Und an dem Etikettiergerätetikett klebt ein kleines Etikett, auf dem Etikett steht. Nein, er ist unser Gast. Wir können ihn nicht bitten, das Chaos da drin zu ordnen. Nein, natürlich würden wir ihn niemals bitten. Wir würden Sheldon nur die Kammer zeigen und die Kobolde in seinem Kopf erledigen den Rest. Hey, Leute, herren spaziert. Hi, hallo. Uh, hier riecht's ja schon gut. Danke. Und Sheldon, weil ich weiß, dass heute dein Thai-Abend ist, habe ich im Asiamarkt alle Zutaten geholt und alles selbst gekocht. Oh, das wäre nicht nötig gewesen. Ach, es war mir eine Freude. Nein, es war wirklich nicht nötig. Ich hab's mir mitgebracht. Warum hast du das denn zugelassen? Ich hatte keine Wahl. Er hat immer gegen meine Rückenlehne getreten. Sheldon, ich hab den ganzen Tag gekocht. Na dann, kommst du dir jetzt sicher ganz dumm vor. Zeig ihm die Kammer. Diese Frühlingsrollen sind super lecker. Gut gemacht, Bernadette. Das ist das Zeug, das Sheldon mitgebracht hat. Oh, tja. Sie würden bestimmt nicht so gut schmecken, wenn ich dein Essen nicht zuerst probiert hätte. Howard, möchtest du deine Sachen nach den Jahreszeiten sortiert haben oder lieber nach den Farben? Nach den Farben. Falsch, du möchtest es nach den Jahreszeiten. Sheldon, willst du denn nicht deine Zeit mit Amy verbringen? Ach, schon okay. Ich bin dran gewöhnt. Neulich verbrachte er eine Stunde im Supermarkt mit der Optimierung der Käsetheke. Ja, und was war der Dank dafür? Der Abteilungsleiter hat mich mit einer Mailänder Salami davon gejagt. Seine Schrullen machen ihn noch liebenswerter. Das müsst ihr doch auch so sehen. Sheldon, komm, es ist spät. Wir müssen gehen. Oh, nur noch fünf Minuten, bitte. Das hast du schon vor fünf Minuten gesagt. Amy und Penny sind schon im Wagen, also beeil dich. Wieso darf ich eigentlich nie das machen, was ich will? Wenn er das hier zuerst noch fertig machen will, fahre ich ihn nachher nach Hause. Bitte, Leonard, er hat gesagt, ich darf noch. Ich habe ein Scheldon, es ist... Warte, ich kann ohne dich fahren. Bis dann. Howard, ich habe da noch einige Fragen. Ich habe drei Bowling-Pins gefunden. Also, sind die zum Jonglieren gedacht oder fehlen die restlichen sieben? Ich jongliere. Du, ihr und euer Gesundheitswahn. Oh mein Gott, das ist ja fabelhaft. Und sieh doch, er hat die Kegel gefunden, die ich versteckt habe. So, da wären noch ein paar Sachen. Howard, ich habe diesen Brief von deinem Dad in einer Schachtel gefunden. Wenn ich von seinem Inhalt ausgehe, könnte ich ihn ablegen oder... Was, warte, du hast ihn aufgemacht? Woher weiß ich sonst, ob es persönliche Korrespondenz oder aber ein Erinnerungsstück ist? Wie gesagt, vom Inhalt ausge... Nein, davon möchte ich gar nichts wissen. Komm jetzt, ich fahre dich nach Hause. Willst du denn nicht wissen, was da drin steht? Wenn ja, hätte ich ihn schon vor Jahren geöffnet. Hier sieht es richtig klasse aus. Lass uns gehen. Warte, kann ich die Dose mit den Knöpfen mitnehmen, um sie während der Fahrt zu sortieren? Nur, was du nicht lassen kannst. Oh, danke. Ach, äh, tolle Party. Als ich damals Howard kennenlernte, zog er immer sein Skrotum aus der Unterhose und sagte, oh, ich saß auf Kaugummi. Worauf willst du hinaus? Ich wollte sagen, es ist unglaublich, wie Erwachsene jetzt ist. Glücklich verheiratet, erlädt zum Abendessen einen... Das hättest du auch gleich sagen können, ohne das mit seinen Kronjuwelen zu erzählen. Ich wollte das Gesamtbild vermitteln. Es war schön, mal kein geliefertes Essen am Wohnzimmertisch zu essen. Naja, wir könnten auch mal eine Abendgesellschaft veranstalten, zu der sich alle ein wenig aufdonnern. Klar, aber mit aufdonnern meinst du doch schicke Sachen, oder? Nicht etwa Capes und Strumpfhosen und so Mist. Ja, obwohl... Nein! Howie, geht's dir gut? Ja, ich, äh, konnte nur nicht schlafen. Ich hatte dir gesagt, trink keinen Espresso nach dem Abendessen. Auch wenn dir die kleinen Tassen immer das Gefühl geben, groß zu sein. Es ist der blöde Brief. Hast du ihn gelesen? Nein. Bist du nicht neugierig? Natürlich bin ich neugierig. Ich, ähm, hatte Dad nicht mehr gesehen, seit ich noch ein kleiner Junge war. Und dann schickt er ihn zu meinem 18. Geburtstag? Warum auf einmal? Wieso liest du ihn nicht? Möglicherweise ist es eine Entschuldigung oder Erklärung für sein Weggehen. Er hat uns im Stich gelassen, mich und meine Mutter. Ich weiß nicht, wieso er da die Chance verdient, irgendetwas zu erklären. Ich verstehe. Was hast du jetzt damit vor? Etwas, das ich schon längst hätte tun sollen. Wirklich? Bist du dir sicher? Ja. Fühlst du dich besser? Und wie? Na toll. Und keiner von uns ist groß genug, um da ranzukommen. Er hat den Brief tatsächlich angezündet? Ja, als er ihn gesehen hat, dachte ich schon, er pflückt gleich aus. Und er hatte schon einen harten Tag, weil er versehentlich in meiner Hose zur Arbeit gegangen ist. Ich weiß nicht, warum ihn das so aufregt. Ihm steht sie besser als mir. Ich wüsste zu gern, was da drin gestanden hat. Ich auch. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Du hast gesagt, Schaden hat ihn gelesen. Ihn könntest du fragen. Das geht nicht. Wenn ich seine Privatsphäre nicht respektiere, was wäre ich dann für eine Ehefrau? Und wenn ich Schaden frage und du zufällig dabei wärst? Das würde gehen. Als würde ich den Bauchnabel eines Gebäudes entflosen. Hey, Schaden. Oh, hallo. Was kann ich für die Damen tun? Du hast etwas, was wir wollen. Ach, herrje. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, dass so etwas hübschen Jungs in der Großstadt passiert. Nein, wir wollen nur eine Information. Oh, die habe ich in Hülle und Fülle. Überfallt mich nur. Du hast doch den Brief von Howards Vater gelesen. Ja, richtig. Was stand drin? Das kann ich euch nicht sagen. Als Abstellkammerorganisator unterliege ich gegenüber Außenstehenden der Schweigepflicht. Schaden, so etwas gibt es gar nicht. Genauso wenig wie die Regel, im Kino die Hand seiner Freundin halten zu müssen. Und dennoch hast du mich dort so betatscht, als wärst du ein Bär und ich eine Mülltonne voll Süßigkeiten. Wieso interessiert dich das? Sag uns einfach, was drinsteht. Die Verfügungsgewalt über die darin enthaltenen Informationen obliegt Howards. Ich bin nur zufällig in deren Kenntnis gelangt, was mir nicht das Recht einräumt, sie nach Belieben zu verbreiten. Na hör mal, du hast den Brief doch in Bernadettes Wohnung gefunden. Ändert das deine Meinung? Ist das ein Hinweis darauf, dass nach kalifornischem Recht Gütergemeinschaft besteht? Und da Howards und Bernadette verheiratet sind, das geistige Eigentum dieses Briefes in gemeinschaftlichem Besitz beider Eheleute ist? Ja, offensichtlich. Gut gespielt. Manchmal unterschätze ich dich einfach, Penny. Du wendest dich zu Recht an mich, damit ich dir bei der Party helfe. Eigentlich habe ich dich nur eingeladen. Ja, also komm mal wieder runter, okay? Ich möchte dafür sorgen, dass deine Dinnerparty der letzten von Howard in den Asch tritt. Das Erste, was wir brauchen, ist ein Motto. Ich denke da an, äh, Jahrhundetwende, Moulin Rouge. Ich glaube, du brauchst einen Testosteron-Pflaster. Penny und ich wollen etwas ganz Unaufdringliches, weißt du, mit Cocktails, leichte Jazzmusik, Haud'oeuvre. Also, dein Motto lautet, ich sehe eine Wiederholung von Madman mit Krabbenchips aus dem Supermarkt? Das will ich nicht verpassen. Hey, wo bist du gewesen? Oh, Leonard. Tja, wenn ich einen Hang zum Sarkasmus hätte, würde ich sagen, ich komme von einem großen Raubzug durch das Museum für Wäschekaube. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe sagen wollen, Junge, schau, du warst aber lange weg, Mann. Oh, ja, also, ich wurde aufgehalten von Penny, Bernadette und Amy. Sie haben mich gezwungen, ihnen vertrauliche Informationen über Howards Vater zu sagen. Welche Informationen? Das kann ich euch nicht sagen. Als Abstellkammerorganisator unterliege ich gegenüber Außenstehenden in der Schweigepflicht. Ach, bitte, wir sagen es auch nicht weiter. Tut mir leid, mich zu bedrängen funktioniert nicht. Was du hättest sagen sollen, ist, du musst es nicht für dich behalten, Penny erzählt es uns sowieso. Na gut, dann halt das. Schön, ich sag's euch. Ja, also, meine Güte, heute sind aber alle scharf auf Infos. Das ist doch richtig nett. Ja, und auch sich mal in Schale zu werfen. Und diese Art Wörfere sind echt herausragend. So wie unsere lieben Gäste. Mein Hemd juckt und ich wünschte, ich wäre tot. Hey, eine Sache noch, bevor Howard herkommt. Wir sind uns doch einig, dass wir den Brief seines Vaters nicht erwähnen, oder? Natürlich. Selbstverständlich. Wenn ich ja sage, schaltet ihr denn diese wilde Latino-Musik aus? Eigentlich lächerlich, dass wir immer noch die Treppe hier hochkacksteln müssen. Ja, versuch das mal mit hohen Absätzen. Mach ich doch. Warte. Ich würde dir gern etwas sagen. Was? Ich weiß, was dein Dad dir geschrieben hat. Chalden, ich schwöre bei Gott, ich bringe dich hoch. Hey! Ich hab ihn gezwungen, es uns zu sagen. Was? Uns? Wer weiß es noch? Ich weiß es. Ich auch. Schließ mich an. Schämt euch alle was. Du weißt es auch. Einen Föhn hättest du ihm lassen können. Das heißt, es wissen jetzt alle, was in dem Brief steht, außer mir? Ja, und wir sind sechs gegen einen, also halt dich zurück. Wie konntest du das nur tun? Tut mir sehr leid. Wenn du willst, sagen wir es dir. Nein, ich will es nicht wissen! Ich meine, eigentlich schon, aber ich... Ich muss gehen. Du benutzt mich als menschlichen Schutzschild? Ich war in Panik. Er sah größer aus als sonst. Howie? Hier drin. Entschuldige. Ich hätte nicht dran rühren dürfen. Ist schon gut. Entschuldige, ich wollte nicht wegrennen. Was siehst du dir da an? Fotos von meinem Dad und mir, als ich noch klein war. Das ist ja schön. Ich muss sagen, so verärgert ich auch wegen Sheldon war, weil er die Sache ausgeplaudert hat, hat er doch einen super Job hier beim Einsortieren gemacht. Ja, sieh dir das an. Fotos der Wolowitz-Familie, bevor der Vater für immer fortgegangen ist. Oh, hier siehst du den neunjährigen Howie mit Redlobs. Keine der Rassen war begeistert, mich damit zu sehen. Wie wär's mit einer Pause? Wieso? Ich hab eine Überraschung für dich. Komm mit. Oh, Schätzchen. Ich bin nicht in der Stimmung für Sex heute. Von mir aus kannst du mich flachlegen, wenn du es unbedingt haben musst, aber... Was wollt ihr denn hier? Als du weg bist, warst du dir nicht sicher, ob du wissen willst, was ihr dein Dad geschrieben hat oder nicht. Also haben wir uns eine coole Lösung einfallen lassen. Ach ja, welche denn? Eigentlich eine ziemlich einfache. Der Gedanke kam mir, dass Wissen und zugleich Nichtwissen erreicht werden kann, indem wir ein makroskopisches Beispiel für die Quantensuperposition kreieren. Das ist das Prinzip, dass ein physikalisches System gleichzeitig partiell in all seinen möglichen Zuständen existiert. Wir hatten alle diesen Gedanken. Er stand irgendwie unausgesprochen im Raum. Jedenfalls, mir wurde klar, dass wenn dir jeder von uns hier eine Version davon erzählen würde, was dein Vater dir geschrieben hat, doch nur eine Version wahr wäre, aber wir dir nicht verraten, welche, dann verbleibst du für immer in einem Zustand der epistemischen Ambivalenz. Ja, und ich sagte, wenn es nicht epistemisch ist, können wir es gleich sein lassen. Setz dich! Ratsch, fang an! Okay. Es war eine Karte zu deinem 18. Geburtstag und darin stand, Happy Birthday, Howie. Ich hab dich lieb, Dad. Oh, und es war so eine Witzkarte, die auf der ein Frosch mit der Zunge an der Unterseite eines Flugzeugs klebt. Weil er es für eine Fliege hält. Du, Verfrosch, echt witzig. Sheldon, es war eine Schatzkarte und sie führt zu dem verlorenen Schatz eines berühmten Piraten, dem einäugigen Willy. Netter Versuch, das ist die Story von den Goonies. Hab's dir gesagt? Hast du nicht! Amy? Du hast es nicht gewusst, aber dein Vater war während deiner Highschool-Abschlussfeier in der Aula und er hat geweint, weil er so stolz auf dich gewesen ist. Wirklich? Oder es ist kompletter Blödsinn von Amy, weil es nämlich die Schatzkarte war. Penny? Es stand darin, dass dein Vater nicht der Mann war, der er vorgegeben hatte zu sein. Irgendwann holte ihn seine Vergangenheit ein und der einzige Weg, dich und deine Mutter zu schützen, war zu gehen. Ich würde gern meine Version ändern. Der Name des berühmten Piraten war Pierre das Holzbein. Jetzt ist es vollkommen anders als bei den Goonies. Nein, ist es nicht? Hör auf! Okay, ich bin dran. Dein Dad hat geschrieben, dass die Familie das Wichtigste überhaupt ist und dass du sie nicht verlassen sollst, wie er es getan hat. Bernadette? Es war ein Foto darin, auf dem er dich am Tag deiner Geburt im Arm gehalten hat. Auf der Rücksalte war zu lesen, Howard, mein Sohn, mein größtes Geschenk. Ist alles klar? Ja. Mir geht's bestens. Und? Welche Version trifft wohl zu? Arthrose, ha? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ich wollte alle Versionen werden, war. Eine davon ist es. Das ist ziemlich cool. Danke, Leute. Hey, es ist noch früh. Fahren wir zurück und machen weiter Party. Ah, gut. Okay, ja. Überraschenderweise war der Brief deines Vaters nicht das Interessanteste, was in der Kammer gelesen wurde. Bernadettes Tagebuch enthält einige pikante Passagen. Sheldon, wage es ja nicht. Ja, nein, also da musst du dir keine Sorgen machen, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Das will ich auch hoffen. Obwohl das Urheberrecht mir gestatten würde, Auszüge im Rahmen einer Rezension zu zitieren. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Ich auch. Aber wenn ich gewusst hätte, dass wir tanzen, hätte ich die flachen Schuhe angezogen. Es läuft ja doch noch ziemlich gut, hä? Ja, ist doch schön. Du hast recht. Allerdings nur, wenn du noch nie zuvor auf einer Party warst. Wenn du mich dein Gehirn an einer bestimmten Stelle mit einer heißen Nadel durchstechen lässt, wärst du für immer glücklich. Ach, Penny, ich hätte da ein paar Fragen zu der Ordnung in deinem Wandschrank. Hast du einen bestimmten Grund für das Aufbewahren dieses toten Goldfisches? Verdammt, ich hab vergessen, ihn zu füttern. Und dass ich ihn habe. Ja, und hattest du früher auch einen Hund? Weil ich da etwas gefunden habe, das aussieht wie ein batteriebetriebener Kauknochen. Die Party ist vorbei, die Party ist vorbei. Ich bin ja, ich bin ja. Die Party ist ein Bond, weil ich glaube, ich bin ja sicher. Und ich bin ja nicht so options見. Ich habe von einer Qualle gelesen, die niemals stirbt. Stattdessen fällt sie in ein Stadium der Asexualität zurück und wächst wieder neu heran. Wir dachten, mein 90-jähriger Großvater sei ins Stadium der Asexualität zurückgefallen, aber die Anzeige seiner Jugendpflegerin belehrte uns eines Besseren. Ich habe damit sagen wollen, Unsterblichkeit ist nicht nur möglich, sondern real. Nur wenn du eine Qualle bist, die sich periodisch in einen Haufen und differenziertes Protoplasma zurückbildet. Wenn ich meinen E-Mail-Account behalten kann, wäre mir das egal. Hallo Leute. Wir haben noch neulich mal versucht rauszufinden, was für ein ekliger Gestank aus Professor Tappermans Büro kommt. Wie sich rauschtet, war es Tappermann. Er lag zwei Wochen lang tot da drin. Das ist ja schrecklich. An der Stelle von Blumen bittet der Leiter des Instituts um die Spende von Luft erfrischern. Da wir schon vom Thema Quallen abgekommen sind, hätte ich jetzt nichts gegen Meerwasserkrabben oder die Geschichte des Einrats. Zeig etwas Mitgefühl, ein Mensch ist gestorben. Und wurde zu einer Pfütze aus Glibber. So, wir können jetzt weiterhin um den zerflossenen Professor weinen oder wir freuen uns, weil eine Anstellung auf Lebenszeit frei geworden ist. Ich wähle letzteres. Entschuldige mal, dieses System der Festanstellung ist absurd. Ein solcher Job auf Lebenszeit verleitet den Lehrkörper nur zur Selbstzufriedenheit. Wenn wir wirklich eine Weiterentwicklung wollen, sollte man den Leuten Chips implantieren in den Schädel, die explodieren, wenn sie etwas Dummes sagen. Also, ich glaube, man arbeitet am besten, wenn man sich sicher und wohl fühlt. Falls ihr meine Nase braucht, die steckt gleich tief im Rektum des Festanstellungskomitees. Habt ihr Doktoren vor, euch auch einzuschleimen wie Kripke? Nein, ich glaube zwar, ich bewerbe mich, aber ich verzichte dabei auf jegliche fiesen Tricks. Ja, mach ich auch. Es sollte um die Arbeit gehen. Und wenn ich die Stelle nicht kriege, gönne ich sie dir oder Schelden. Nein, Ratsch, jetzt ködere Lennart doch nicht mit solch falschen Hoffnungen. Hör mal, ich bin genauso qualifiziert wie du auch. Also, heißt Festangestellt hier auf Lebenszeit? Ja. Oh, du kannst nicht gefeuert werden, selbst wenn du es nicht gut machst? Eigentlich nicht. Wow, klingt ganz wie der Job einer hübschen Kellnerin in der Cheesecake Factory. Ich bin zwar nicht einverstanden mit dem Konzept der Festanstellung, wenn ich sie jedoch erhalten würde, wird das meine Leistung nicht mindern. Ich bin wie die Sonne. Das lässt sich nicht ausschalten. Zeigen Ratsch und Lennart ebenfalls Interesse? Mhm. Wissen Sie, dass sie gegen dein Genie chancenlos sind? Gut formuliert. Ich muss sagen, dass ich an dieser Freund-Freundin-Geschichte meine Zweifel hege, aber wenn du mich so anbetest, sammelst du Pluspunkte für deren Aufrechterhaltung. Mit dem Höreneinkommen müsste ich meine Eltern nicht mehr um Geld bitten. Mit Geld von der Familie gehen immer Verpflichtungen einher. Du hast ja keine Ahnung. Sie kaufen mir einen neuen BMW zum Geburtstag, aber kriege ich einen mit Sitzreizung? Nein. Bei dich, wenn du einen warmen Hinten willst, dann bezahlst du selbst dafür. Das mache ich auch, alter Mann. Ich finde, das war genug Wein fürs Erste. Ich denke immer daran, wie cool es wäre, wenn ich meine Mama anrufen und sagen könnte, ich bin jetzt auf Lebenszeit an der Caltech. Sie wäre bestimmt stolzer. Sehr sogar. Vorausgesetzt, sie nimmt meinen Anruf an. Meine primäre Sorge bei dieser lebenslangen Anstellung gilt vor allem der krankhaften Eifersucht meines Mitbewohners. Ich muss vielleicht mit einer Waffe unter dem Kissen schlafen. Oder einer Kettensäge. Oder du ziehst deinen Nutzen aus deiner neu gewonnenen wirtschaftlichen Stabilität, ziehst aus, kaufst dir ein Haus, heiratest, gründest eine Familie. Ja, oder die Kettensäge. Und dann gehe ich nach Neu-Delhi zurück im Triumphzug auf einem juwelengeschmuckten weißen Elefanten. Und wisst ihr, was der Elefant haben wird? Sitzhaltung selbstverständlich. Nein, Vater, du darfst nicht mitreiten. Ich mache nur mehr Kaffee. Und bei wem musst du dich für den Job einschleimen? Ich muss mich doch nicht bei jemandem einschleimen. Meine Arbeit spricht für sich selbst. Finde ich gut. Das zeigt allen deine Anständigkeit. Danke sehr. Ich bin ein naiver Idiot, was? Oh, du hast mich verstanden. Wenn du die Stelle wirklich willst, musst du vielleicht mit denen kuscheln, die das entscheiden. Nein, Sherwin Cooper kuschelt mit niemandem. Was du nicht sagst. Aber ich nehme an, es schadet nicht zu erfahren, wer in dem Komitee sitzt. Oh, Janine Davies. Herrje. Ist das ein Problem? Na ja. Ja, sogar sie. Sie sind eine Sklavin. Ich bin eine was? Ich glaube, das kann so oder so ausgehen. Hey, Mrs. Davies. Hey, Dr. Hofstetter. Ich dachte, ich komme mal her und bereite mich auf die Badesaison vor. Schön für Sie. Ja. Sie müssen das nicht im Badeanzug. Sehen Sie bestimmt gut aus. Danke sehr. Ich habe das, was mein Vater die Möbelkrankheit genannt hat. Wackelige Beine und der Lack bleicht aus. Ich kenne mich mit dem Modell nicht aus. Wie bekomme ich das gestartet? Indem man Start drückt. Ja, genau. Das hier ist vielleicht kaputt. Sie müssen sich bewegen. Alles klar. Hoch. Ja. Ja, ja, jetzt spüre ich es. Oh, das ist grandios. Das könnte ich den Rest meines Lebens machen. Hey, apropos Dinge für den Rest des Lebens. Ist es richtig, dass Sie dem Festanstellungskomitee angehören? Ja. Ich muss das nach Hause verlängern. Ich bin mir sicher, dass Sie schon viele gute Bewerber haben. Ich wollte nur Hallo sagen. Und Sie wissen lassen, dass ich mich noch bewerbe. Alles klar, ich werde darauf achten. Hey, Horst Dessert. Witzig, dich hier zu sehen. Das erste Mal seit dem Urgenall. Okay. Hey, Frank. Janine, Sie Maschinen, los geht's. Hey, Barry. Oh, Sieh eine an. Ich habe eine ganze Kalorie verbrannt. Sie sind sicher so früh, um das Bananenbrot abzuarbeiten, dass ich ihn gebacken habe? Ja, das war sehr lecker. Danke. War mir ein Vergnügen. Wenn Sie Bananenbrot mögen, hätte ich da ein ganz fantastisches Rezept. Der Trick ist, Sie geben frisches. Ach, ich schicke es Ihnen vermählen. So, ich werde jetzt aufgewärmt. Liegen wir etwas an Tempo zu? Klar. Das war genug Herztraining für mich. Ich dehne mich noch, bevor ich an die Gewichte gehe. Geht's Ihnen gut? Rufen Sie jemanden. Guten Tag, Mrs. Davis. Ich bin Dr. Rajeshko Trapali vom Fachbereich für Astrophysik. Aber nur keine Panik. Ich bin nicht wirklich im All. Gleichwohl will ich diese Möglichkeit nutzen, um Ihnen von mir zu berichten. Also genießen Sie entspannt das folgende 90-minütige Video. Oh, das gibt's doch nicht. In Neu-Delhi, als dritter Sohn eines Wandergynäkologen geboren, zeigte ich schon früh Anzeichen eines Genies. Im Alter von fünf Jahren entdeckte ich ein Himmelsobjekt, das sich später als der Mond erwies. Mrs. Davis? Mrs. Davis? Mrs. Davis? Gott, die sind doch überall. Kommen Sie rein. Dr. Cooper, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, mir geht's gut. Es könnte sein, Sie haben möglicherweise einen falschen Eindruck von mir und deswegen habe ich ein Geschenk für Sie. Oh, Dr. Cooper, das ist nicht nötig. Zu spät. Schon gleich mögen Sie mich. Roots? Die tagische Geschichte der Sklaverei in Amerika. Spaß für die ganze Familie. Wie kommen Sie darauf, dass das ein passendes Geschenk ist? Ähm, na ja... Sie sind doch schwarz, oder? Dieses Gespräch ist hiermit beendet. Weil Sie sich die Serie gleich ansehen wollen, hab verstanden. Also... Ähm, der nächste aus dem Festanstellungskomitee ist... Professor Wu. Ja, freuen Sie sich auf das Gesamtwerk von Jackie Chan. Hey, Leute. Wo warst du? Betriebsärztin. Asthmaanfall? Asthma, Herz, komischer Anfall, ist aber vorbei. Geht ihr drei zur Gedenkfeier für Professor Tappermann? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich kannte ihn kaum. Ja, ihr wollt sicher nicht, dass einer denkt, ihr würdet den Leuten des Komitees in den Arsch kriechen, die übrigens alle hingehen. Oh ja, den Anblick habe ich sehen. Wo ein Erdmännchen... Tut mir leid, am Donnerstag schaffe ich es nicht zu unserem Date-Abend. Tja, schlechte Nachricht für dich. Diesmal hast du hoffentlich eine gute Ausrede parat, weil Wattestäbchen beschneiden, damit sie genau in dein Ohr passen, ist eindeutig Schwachsinn. Erstens, wenn du solche Sachen sagst, hält man dich am Ende noch für verrückt. Zweitens, der Grund für meine Absage ist meine erforderliche Anwesenheit bei einer Gedenkfeier für Professor Tappermann. Das klingt nach einem öden, langweiligen Abend. Ja, das wird ja bestimmt. Ehrlich, wenn ich schon einen öden, langweiligen Abend verbringen muss, dann lieber mit dir am Date-Abend. Aber ich habe keine Wahl, das Festanstellungskomitee wird dort sein. Oh, vielleicht wäre es besser, wenn ich dich begleite. Wenn ich so darüber nachdenke, wäre das bestimmt hilfreich. Natürlich wäre es das. Ich bin vertraut mit der alltäglichen Uni-Politik und als renommierte Wissenschaftlerin an deiner Seite erhöhe ich deine Chancen. Eigentlich meinte ich, dass du mich fahren kannst. Ja, aber wenn es dich glücklich macht, das andere von mir aus auch. Hast du heute was Interessantes gemacht? Äh, eigentlich nicht. Ich war bloß einkaufen mit Amy. Sie wollte mit mir was Passendes für diese Gedenkfeier suchen. Was? Shell nimmt daran teil? Wir hatten uns versprochen, nicht hinzugehen. Oh, was für ein Arsch. Genau. Ich habe gedacht, ich könnte hingehen, ohne dass es einer mitkriegt. Also, wenn Amy hingeht, willst du, dass ich auch mitkomme? Als Schützenhilfe? Nein, das ist nett, aber es werden hauptsächlich langweilige alte Männer sein und ich glaube, da kannst du mir nicht groß helfen. Okay. Ich bind mal meinen Schuh zu, solange du überlegst. Ja, also danke. Das wäre mir eine große Hilfe. Das könnte aber einige von denen umbringen. Na, dann kriegt ihr alle so eine Stelle. Ah, bitte, Daddy. Alle anderen Wissenschaftler haben Sitzheizungen. Das ist echt demütigend. Ich brauche diese Festanstellung. Okay, folgender Kompromiss. Wie wäre es, wenn ich die Putzhilfe nur noch zweimal die Woche herhole? Wie es aussieht, wenn wir beide wie die Tiere leben. Gehen wir noch ein letztes Mal unsere emotionalen Reaktionen durch. Okay. Professor Tappermann ist tot und das stimmt uns... Traurig. Die Tatsache, dass heute Abend so viele Menschen hier sind, stimmt uns nicht unleidlich und klaustrophobisch, sondern... Froh. Und Mrs. Davis die DVD-Box von Ruth zu schenken war... Blöd. Andererseits hier doch... Nein. Na gut, blöd. Unglaublich. Du hast vielleicht Nerven, hier aufzukreuzen, um dich beim Komitee einzuschmeicheln. Du bist auch hier. Entschuldige mal, ich begründe meine Hochaktion von Professor Tappermann oder wie sein Name war. Das mache ich auch. Sein Ableben stimmt mich ganz... traurig. Na, hallo, hallo, Scherben. Wie kommt es, dass du auch hier bist? Kann es sein, dass der Eisenbahnladen in Glendale doch kein Festbankett veranstaltet? Und du, du hast gesagt, du nimmst auch nicht hier dran teil. Ich hab Akzent, du nicht wissen, was ich sage. Ich wüsste gern, wieso Penny hier ist. Ich bin hier, um meinen Mann zu unterstützen, genau wie du. Wie soll denn das gehen? Indem du auch hier Getränkebestellungen falsch verstehst? Tu es. Hat sie schon etwas gemacht? Sie will mit den Leuten des Festanstellungskomitees flirten, um Solennart's Chancen zu erhöhen. Ja, also das habt ihr euch ja fein ausgedacht. Jetzt steh nicht so da, hol deine Brüste raus. Uh, Kampf der Erdmännchen. Ihr verschwendet eure Zeit. Scherben ist am besten qualifiziert für den Job und nicht mal ein. Der Schwerkraft trotz einer Busen kann etwas daran ändern. Nein, ehrlich, ist das Klebeband oder wieso stehen die Dinger so fest? Volltreffer aus beiden Geschützen. Ihr solltet euch was schämen, also ehrlich. Eure Frauen zu benutzen, eure Sachen durch Sexualität und was sie Miami vorhat, voranzutreiben. Willst du damit sagen, meine Freundin hätte keine sexuellen Attribute, um sie einzusetzen? Ja! Gut, denn das war nicht klar. Was denn? Es war nun mal zweideutig. Und jetzt ist es eben eindeutig. Was willst du dagegen machen? Ähm, lässt er doch über seine Mutter. Was? Ja, natürlich, das wird ihm nicht gefallen. Letzte Nacht verspürte ich das Bedürfnis, mich sexuell zu erleichtern, als ich zufällig deiner Mutter begegnete. Okay, halt. Leute, was tun wir denn hier? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich habe andeuten wollen, dass ich Geschlechtsverkehr mit Ratschmutter hatte. Für einen Dollar. Also, tu, was du willst, aber ich will meine Freunde nicht wegen dieser Anstellung verlieren. Freunde sind fürs Leben. Die Anstellung auch. Die! Nein, ich mache mich auf den Heimweg und lasse meine Arbeit für mich sprechen. Du hast recht, das ist unter meiner Würde. Wie deine Mutter in der letzten Nacht. Was meinst du, Sheldon? Was soll ich deiner Ansicht nach tun? Weißt du, du wirst immer ein erfolgreicher Wissenschaftler sein, aber ich fürchte, dass du keine neuen Freunde mehr finden wirst. Weil ich das auch nicht will, lass uns gehen. Ist doch selbstverständlich. Ich werde liebend gern bei Ihnen babysitten. Ich würde Sie doch niemals darum bitten. Unsinn, Kinder mögen mich. Irgendwas an mir bringt Sie dazu, zu lachen und zu lachen. Nein, wir dürfen nicht gegen diesen Arsch verlieren. Tja, scheiß drauf. Ich gehe rein. Moment, warte. Ich glaube, scheiß drauf, ich gehe rein, habe ich gestern zu deiner Mutter gesagt. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich finde das Konzept des Koikos einfach nur lächerlich und abstoßend. Ich hätte meine Brüste rausholen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Mrs. Davis? Mrs. Davis? Mrs. Davis? Ich weiß, dass Sie da sind. Ihr Wagen steht auf dem Parkplatz. Was ist? Wie ich gerade erfahren konnte, empfehlen Sie mich, Dr. Hofstetter und Dr. Kutrapalli für die Stelle in die engere Wahl zu ziehen. Na ja, abgesehen von Ihren Marotten, sind Sie drei auf Ihren jeweiligen Gebieten sehr kompetent. Ich weiß nicht, was Sie mit Marotten meinen, aber... Ich wollte Ihnen meine Dankbarkeit ausdrücken. Sie haben doch nicht wieder ein Geschenk für mich. Nein, nein, ich habe meine Lektion gelernt. Ich weiß jetzt, dass das unpassend war. Gut. Jedenfalls, vielen Dank. Keine Ursache. Ich werde mal so tun, als sei das nicht passiert. Yo, cool, Sister. Ich werde mal so tun, als sei das nicht passiert. Hey, je. Penny, hast du schon wieder was auf unserem Festplattenrekorder aufgenommen? Nein. Antworte ehrlich, wir sind hier nicht vor Gericht. Das kommt später. Selbstverständlich nicht. Hilf mir, ich kann mir keinen Minuspunkt mehr leisten. Ähm, vielleicht wurden wir gehackt. Weißt du, die Chinesen hacken sich in letzter Zeit in alles. Wieso sollten Chinesen bei uns einen Film aufnehmen, in dem Paul Blatt der Kaufhaus-Cop ist? Weiß ich auch nicht. Da fährt ein Dicker auf einem Segway. Das ist überall ziemlich witzig. Am besten lösche ich es. Nein, warte. Vielleicht haben die Chinesen den Film noch nicht zu Ende gesehen. Also, wenn du wieder Platz auf der Festplatte haben willst, nösch doch ein paar der Sachen, die du schon gesehen hast. Wie, ähm, Alphars. Nein, das ist das Finale der zweiten Staffel, die mit dem aufredenen Cliffhanger. Ich möchte die noch mal sehen, bevor Staffel 3 anfängt. Es gibt keine dritte Staffel, die Serie wurde eingestellt. Äh. Aber die können Sie nicht einstellen. Nicht nach diesem Cliffhanger. Können Sie doch. Schaden, es sind noch Teigtaschen übrig. Magst du sie haben? Wie bitte? Verstehst du denn nicht, was hier los ist? In der Regel nicht. Diese Folge endet damit, dass alle Einwohner New Yorks entweder tot oder ohnmächtig sind. Jetzt werde ich nie erfahren, was da passiert ist. Und warum denkst du dir nicht selbst ein Ende aus? Oh, ja, natürlich. Was für eine grandiose Idee. Im Anschluss denke ich mir meine eigenen Regeln für die Mundhygiene aus. Statt Zahnseide drücke ich mir Pudding zwischen meine Zähne. So, ich such mir die Nummer vom Sci-Fi-Channel raus und guide denen mal die Meinung. Oh, bitte, tu das nicht. Was? Doch, die können nicht einfach eine Serie wie Alphars einstellen. Ja, sie müssen dem Zuschauer helfen loszulassen. Von Firefly haben sie einen Film gemacht, um einen Schluss zu bekommen. Buffy im Bann der Dämonen ging danach als Comicbuch weiter. Bei Heroes ging's mit der Qualität von Staffel zu Staffel bergab, so dass wir froh waren, als es zu Ende war. Jetzt tut mir schon der leid, der seinen Anruf entgegennimmt. Das muss es nicht. Wenn Sie sich nicht von verrückten Nerds anschreien lassen wollen, hätten Sie Sci-Fi nicht gründen sollen. Ich garantiere dir, mit dieser Überwachungskamera wirst du zufrieden sein. Die Optik ist klasse, sie hat Infrarot-Technologie und sogar eine Sicherungsbatterie, falls der Strom mal ausfällt. Ich will nur meine kleine Prinzessin sehen, wenn ich arbeiten bin. Wieso kannst du dir nicht Pornos ansehen wie alle anderen auch? Ich brauch jetzt einen Laptop für die Konfiguration der Software. Moment noch. Das ist komisch. Was? Ich hab die Kleine gegoogelt, mit der ich aus war und finde hier ihren Blog. Cool. Irgendwas Interessantes? Sie sagt, sie hatte neulich ein Date mit einem Kerl namens Roger. Und er ist Inder. Und er ist auch ein Astrophysiker. Astrophysiker? Du weißt doch, wie das zu verstehen ist, oder? Ja, Mami hatte recht, Amerikanerinnen sind sexuell unersättliche Teuflinnen. Unglaublich, dass ich das erklären muss. Die meisten ändern die Namen in Blogs zum Schutz der Privatsphäre. Ja, Roger ist Ratsch. Oh. Ich dachte, wenn ich einen weißen Namen hätte, wäre das Gavin. Lies mal weiter. Was steht da? Nein, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wenn ich den Blog lesen sollte, hätte sie mir davon erzählt. Als würde ich in ihrem Tagebuch schnuffeln. Ja, genau so ist es doch auch. Also lies weiter. Nein, das ist beunruhigend. Oh, ich würde sagen, beunruhigend war es vorhin schon, als ich die Kamera angebracht habe. Das ist nicht beunruhigend. Also hör nicht auf ihn. Oh, wer gibt denn hier die süßen Küsse? Soll ich gehen? Nachdem Sheldon so viel über Serien gesagt hat, hatte ich die größte Idee aller Zeiten. Sogar noch besser als meine Idee für ein Star-Wars-Erlebnis-Kaffee namens Brewbacca. Du solltest dir unbedingt Buffy im Band der Dämonen ansehen. Das ist die perfekte Serie für uns beide. Es gibt Action und Witze und heiße Vampire, Romantik. Ich kann gar nicht genug schwärmen. Was sagst du? Es ist halb sieben morgens. Du bist doch auf einer Farm aufgewachsen. Ja, hallo, Salfa Network. Ja, hier ist Ihr Geschäftsführer für die Programmplanung. Hören Sie, wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, was Alphas angeht. Ja, wir werden die Einstellung sofort rückgängig machen. Ja, stellen Sie mich zu denen durch, die dafür zuständig sind. Sagen Sie ihnen, dass ich es bin. Und ich antworte nicht auf all die Fragen, ob ich wirklich der bin, der ich sage, dass ich es bin. Ich will, dass das erledigt wird. Ja, nein, ich bin nicht der Typ, der vorhin angerufen hat. Der Mann war offensichtlich ein Cowboy. Ja, und er war besorgt, weil sie seine Lieblingsserie eingestellt haben. Also, wieso legen die immer wieder auf bei mir? Reg dich doch nicht so auf. Weißt du, Scherden, manchmal findet man Trost im körperlichen Kontakt in solchen Momenten. Ich fliege jetzt nicht nach Texas nur für eine Umarmung seitens meiner Mutter. Okay, tja, ich fürchte, was hier vorliegt, ist, dass du ein pathologisches Bedürfnis nach Abschlüssen hast. Oh, das ist doch Unsinn. Ja, du erzählst mir dauernd Geschichten darüber, wie dein Tag war und mich interessiert nicht, wie sie ausgehen. Also, ich könnte dir vielleicht dabei helfen. Ein ganzer Bereich der Verhaltensneurologie untersucht bereits, wie man Nervenbahnen umprogrammieren kann, damit dich solche Sachen weniger belästigen. Wie ich bereits sagte, ich habe kein Problem mit Abschlüssen. Und da bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Das beweist gar nichts. Gehen wir schnell was essen? Hältst du mich für feminin? Ja, gehen wir. Vielen Dank auch. Was ist denn los? Ich bin eingeknickt und habe Lucys Blog gelesen. In einem Eintrag steht, ich hätte bei unserer ersten Begegnung auf sie ein wenig feminin gewirkt. Nur ein wenig? Ist doch toll. Ich muss mit dir darüber reden. Wieso müsst ihr Mädels immer über alles reden? Hör mal, wenn sie doch schon über eure Beziehung schreibt, dann nutze das zu deinem Vorteil. Manipulier das Spiel. Nein, das erscheint mir nicht fair. Ist es fair, dass Frauen mehr auf selbstbewusste, normale Kerle stehen, statt auf ängstliche Sonderlinge? Nein, das ist es nicht. Ich fand das schon immer unfair. Also, dann nimm das, was in ihrem Blog steht und nutze es, um ihr an die Wäsche zu gehen. Warum musst du immer alles in den Schmutz ziehen? Kannst du nicht mal sagen, mit dem Blog da, gibst du mir den Schlüssel zu ihrem Herzen? Schlüssel zu ihrem Herzen? Das ist nett. Zitierst du da jemanden oder ist das auf deinem Steißbein tätowiert? Ich zitiere deinen Mann, der sich genau auskennt mit den Frauen. Sarah, Elton John. Und, hat's dir gefallen? Natürlich, warum hätt's dir nicht gefallen sollen? Sag mir, wie sehr es dir gefallen hat. Es war süß. Sag jetzt nicht süß, das geht gar nicht. Das ist falsch an süß. Es macht die Dinge klein, es reduziert sie eben. Du meinst, ich soll nicht mehr deinen kleinen Hintern süß nennen? Du kannst es versuchen, aber das glaubt dir doch kein Mensch. Ich verstehe nur nicht, wie du eine so tolle Serie sehen und nicht von ihr begeistert sein kannst. Ich find sie toll und bin begeistert. Dann sag das mal deinem Gesicht. Was erwartest du von mir? Weißt du was? Vergiss es, wir haben es versucht. Lass uns mal sehen, was sonst noch läuft. Ach komm schon, sei mal nicht so. Es tut mir leid, dass ich süß gesagt hab. Sehen wir uns noch eine an. Wirklich? Ja, es ist gut. Erinnert mich irgendwie an meine Highschool. Bloß, statt Vampiren hatten wir Junkies. Aber beide kommen nachts raus und haben schlimme Zähne. Oh ja, cool. Ich denke, die nächste gefällt dir besser. Alle Cheerleader geraten dann unter einen bösen Fluch. Oh, das ist auch wie auf meiner Highschool. Nur, dass es kein Fluch war, sondern Filzläuse. Wir machen ein paar Übungen, die deinem zwanghaften Bedürfnis nach Abschlüssen Abhilfe verschaffen sollen. Warte, ich wäre mich entschieden gegen das Wort zwanghaft. Ich will damit sagen, in unserer alltäglichen Welt ist der Abschluss nicht immer eine, ob... Sion, okay. Um einen Streit zu vermeiden, sagen wir, ich habe ein Problem. Und wie stellst du dir vor, die Sache anzugehen? Ich beginne damit, dein Gehirn umzukonditionieren. Damit dein Wunsch nach Vollendung nicht mehr so überwältigend ist. Mit dem Spiel Tic-Tac-Toe? Ja, du bist dran. Oh, Amy. Und du wunderst dich, warum die Leute denken, Neurowissenschaft sei ein Spiel für Windelbabys. Tic-Tac-Toe kann nur mit einem Sieg, einer Niederlage oder einem Unentschieden enden. Nichts davon wird mir den Abschluss verweigern. Zumal ich gerade dabei bin zu gewinnen. Wir sind noch nicht fertig. So ist es. Und was genau empfindest du jetzt? Dasselbe, was jeder normale Mensch empfindet. Am liebsten würde ich mir das Gesicht runterziehen, es in zwei Teile reißen und immer so weiter, bis ich Schäden-Gesichtskonfetti hab. Und das ist genau das Gefühl, dem ich mit der Behandlung entgegenwirken möchte. Ja. Oder du greifst in ein Nasenloch und hilfst mir, es runterzureißen. Ich bitte dich, du schaffst das. Ja, aber du weißt nicht, wie es ist, wenn man sich total frustriert fühlt. Wenn sich in dir ein Verlangen aufbaut und dir anschließend jede Möglichkeit der Erlösung versagt wird. Ja, das ist schon eine Qual. Okay, hilf mir auf die Sprünge. Wieso ist er auf diese Serie so abgefahren? Naja, sie hat Action, sie ist witzig. Und bei anderen Serien jagt für gewöhnlich das Monster das hübsche Mädchen. Aber diesmal jagt das hübsche Mädchen die Monster. Yippie, es ist umgekehrt, ich versteh's. Warum beschäftigt ich dich das so sehr? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil er so eine Leidenschaft für so vieles hat, während ich mich nicht so begeistern kann. Und du? Ja, also, ich hab ne ziemliche Leidenschaft für die Wissenschaft. Ich glaub, ich vergesse nie meinen ersten Blick durch ein Mikroskop auf Millionen winzige Mikroorganismen. Es war wie ein ganz anderes Universum. Wenn ich wollte, könnte ich es mit meinem Daumen auslöschen, als wäre ich Gott. Siehst du, ich wollte so ein Feuer, würde auch in mir brennen. Ich möchte mich auch so für Dinge interessieren und begeistern wie ihr. Das kannst du aber doch auch. Meinst du? Selbstverständlich, dafür sollten wir uns nur ein wenig Zeit nehmen und rausfinden, wofür du dich begeisterst. Oh, das hört sich nach viel Arbeit an. Hey, was gibt's? Lucy kommt vorbei und ich brauche einen Rat. Egal, was du denkst, wie lange das Vorspiel sein soll. War dreifach ist. Nein, sag mir einfach, was du für männlicher hältst. Das Eishockey-Trikot oder dieses Football-Trikot. Ich weiß nicht. Lass das Hockey-Ding an. Gut. Schwarz macht mich schlanker. Oh, das ist sie. Ab jetzt bin ich männlich. Dü-dü-dü. Hey. Hi. Komm rein. Oh, dein kleiner Hund ist ja ein süßer Schatz. Ja, geh aber nicht so nah ran. Wenn ich das richtige Kommando gebe, beiß ich dir das Gesicht ab. Die nächste. Das ist ein beeindruckender Aufbau, findest du auch? Ja. Räumen wir wieder auf. Räumen wir wieder auf. Das reicht. Schäden, lass los! Nein! Okay, Sheldon. Wünsch dir was und blass die Kerzen aus. Hups, eine verfehlt. Jetzt wird dein Wunsch nicht wahr. Dein Glück. Ich hab gewünscht, du wärst tot. Ich find dein Trikot schön. Danke, ich liebe Eishockey. Oh, cool. Wie mein Dad. Pat, wir haben's immer geguckt, als ich klein war. Wer ist dein Lieblingsspieler? Jedenfalls nicht David Beckham. Das ist sicher. Wie ist dein Burrito? Nach etwas Gefroren in der Mitte. Weil ich die Anleitung nicht gelesen hab. Keine Verpackung schreibt mir vor, was ich tun soll. Ich lasse mich nicht einwickeln. Ist irgendwas los? Was meinst du? Du verhältst dich ganz komisch und ich bin ziemlich komisch, also weiß ich genau, wovon ich spreche. Ich weiß nicht, womöglich liegt's an den Steroiden, die ich schlücke. Ich... Ich werd jetzt mal gehen. Danke für den Burrito und die Speckschwarte und den 20-Minuten-Vortrag, wieso Monster-Trucks besser als normale Trucks sind. Warte, warte. Ich... Ich weiß, was du in deinem Blog über mich geschrieben hast. Oh, der ist eigentlich nur für mich selbst. Ich dachte nicht, dass den jemand lesen würde. Ja, der war echt nicht leicht zu finden. Ich hab stundenlang das Internet durchzug. Übrigens, du hast einen tollen Kreditscore. Und deine diabetische Tante gewöhnt sich ziemlich gut an ihr neues Bein. Und wieso verhältst du dich dann heute so eigenartig? Du sagst, ich sei feminin. Ich... Ich wollte, dass du mich für männlicher hältst. Ratsch, das heißt nicht, dass ich feminin für was Schlechtes halte. Ich hab gemeint, dass du süß bist und aufmerksam und deine Haut sieht so sehr nach Karamell aus, dass ich einen Apfel in dein Gesicht tunken will. Weil ich ein ziemlich strenges Feuchtigkeitspflegeprogramm durchsiehe. Also, geht's dir gut? Tja. Gut. Magst du wirklich Eishockey? Nein. Das hab ich aus dem Stadion, als ich bei Taylor Swift war. Also, ich hab nachgedacht über deine Begeisterung für Sachen wie Buffy oder Wissenschaft oder welche Fernbedienung du und Sheldon kaufen wollt. Die Harmony One war in Ordnung. Wozu also das Upgrade auf die 1100, die, wie er weiß, zu groß für meine Hand ist? Siehst du, das ist die Art von Begeisterung, die ich nie erreiche. Aber mir ist klar geworden, dass ich mich für dich begeistere. Ah, kommt dann mein süßer Hintern wieder ins Spiel? Nein, ich mein es ernst. Ich hatte doch immer große Pläne. Dass ich in Filmen mitspiele, ein glamouröses Leben führe und dass alles andere es nicht wert ist, sich dafür zu begeistern. Das kann doch alles noch kommen. Oh, das wird es ganz bestimmt. Eine Hellseherin hat's mir auf einer Party gesagt. Also, was ich meine ist, dass ich nicht warten darf. Weißt du, ich habe dich oder auch Sheldon, all die wunderbaren Freunde, mein Leben ist jetzt schon aufregend schön. Super Sache. Das ist es, was? Ja. Und soll das jetzt bedeuten, dass wir uns öfter coole Serien ansehen können oder wir in aufeinander abgestimmten Kostümen zur Comic-Con gehen? Lennart, ich hatte eine Erleuchtung, keinen Schlaganfall. Amy, ich muss zugeben, dass ich zunächst skeptisch war. Aber der heutige Abend hat mich maßgeblich verändert. Es überrascht mich etwas, dass du das so positiv siehst. Wieso? Du bist eine ausgezeichnete Neurowissenschaftlerin, eine wunderbare Freundin und... Und? Das spielt keine Rolle, oder? Ich bin stolz auf die Scherden. Und vollkommen einfältig! Oh ja! Da ist er, ja! And the home of the brave... Nicht aufhören, ja! Mach weiter! Noch ein bisschen! Genau so! Genau so! Scherden, du komischer Kauz. Ich liebe es, dass du ein Teil meines Lebens bist. Ja, ich lieb dich auch. Hallo? Sind Sie der Bruce Miller, der das Serienfinale von Alphas geschrieben hat? Ja, oh, fabelhaft! Sie klingen auch viel netter als der letzte Bruce Miller, der mir vorschlug, eine sexuelle Beziehung mit mir selbst einzugehen. Ja, was ich aber fragen wollte, Ihre Serie endet mit einem Cliffhanger. Könnten Sie mir bitte sagen, wie Sie den auflösen wollten? Aha. Mhm. Ich verstehe. Ja, also das ist ganz schlecht. Sie wurde zu Recht abgesetzt. Wiederhören! Ja, also das ist ganz schlecht. Durch das Interface geht's ziemlich einfach. Du gibst die horizontale X-Koordinate hier ein, die vertikale Y-Koordinate da. Und wenn du meinst, das stimmt, klickst du den Knopf. Alles klar. Lennart, du rätst, nie bin ich gerade online gefunden. Na, hey! Guter Schuss. Ach, sein Dickschädel ist nicht zu verfehlen. Wie erwachsen von euch. Leider ist mein Luftschlangen-Spray leer. Was ich sagen wollte. Lennart, du rätst nie, wen ich online gefunden hab. Professor Proton. Was, ehrlich? Das heißt, er lebt noch? Ja. Wer ist Professor Proton? Er war der Wissenschaftler im Fernsehen. Hey! Ja. Entschuldige, erzähl, wer Professor Proton ist. Professor Proton war Moderator meiner Lieblingswissenschaftssendung, als ich noch ein Kind war. Ich hab keine Folge verpasst. Er erklärte die wissenschaftlichen Prinzipien anhand von Alltagsgegenständen. Das war ziemlich cool. Das ist echt süß, wenn du das Wort cool falsch verwendest. Wie wenn Kinder Paschetti sagen. Oh, großer Gott, Lennart, sieh nur. Er steht immer noch für Partys und Events zur Verfügung. Wir sollten ihn buchen. Was? Wozu denn das? Na, zu allem, was wir wollen. Einfach nur so. Oder für Experimente. Dann machen wir Fotos von ihm für unseren Jahreskalender. Das wär echt total abgefahren, mit ihm abzuhängen. Abgefahren geht ja auch nicht, oder? Also, ich schreibe sofort eine E-Mail an ihn. Kennst du noch seinen alten Titelsong? Oh, ja, natürlich. Laborkittel an, die Schutzbrille auf. Hier kommt er schon, Professor Proton. Hey, ich hab das ganze Wochenende lang Dienst in der Sternwarte. Kannst du mit meiner Red so lange auf meinen Hund aufpassen? Warum gibst du sie nicht in eine Tierpension? Warum du deine Mutter nicht in ein Heim? Ehrlich gesagt, wir in Tierheimen besser für sie. Ich rede mit Bernie, das wird schon gehen. Danke. Es klappt wirklich! Es klappt wirklich! Professor Proton kommt tatsächlich zu uns. Ja, ehrlich? Ist das etwa der, der früher diese lahme Kindersendung hatte? Ja, und du hast dich gerade selbst ausgeladen. Ich hätte ja gesagt, ich finde einen taktvollen Weg. Wie hast du es geschafft, ihn zu euch einzuladen? Wie Professor Proton immer sagte, es gibt kein Problem, das du nicht lösen kannst, wenn du dein Gehirn einsetzt. Er hat ihm einen Scheck geschickt. Ja, das ist auch ein fetten Scheck. Uncle Howard! Cinnamon ist das für Pyjama-Party. Du weißt, wenn du mal einen Schlaganfall hättest, würde sie dich fressen. Und ich wäre mit ganz großer Freude ihr Niam-Niam. Okay, was muss ich alles wissen, um für sie zu sorgen? Das ist ganz einfach. Zum Frühstück kriegt sie eine Eiweiß-Fritata, dazu wahlweise Bratkartoffeln oder ein englisches Muffin, aber nicht beides. Wir achten auf unsere Linie. Zum Abendessen etwas Einfaches, ein Kalbsfilet oder Scampi-Gans, wie du willst. Schon immer rund. Ja, und nicht den Klodeckel auflassen, sonst trinkt sie aus dem Klo. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe auch eine total psychotische Mami. Lennart, bist du im Bett? Ja. Ich auch. Schön. Ich kann nicht schlafen. Ich schon, also halt die Klappe. Ist dir klar, dass in weniger als neun Stunden Arthur Jeffreys, alias Professor Proton, in unserer Wohnung sein wird? Schelden, du weißt, wenn du die Nacht aufbleibst, bist du morgen wieder ganz müde. Und ein müder Schelden ist ein unleidlicher Schelden. Und ein unleidlicher Schelden ist im Grunde auch nicht anders als der normale Schelden. Gute Nacht! Ich spiele mit dem Gedanken, ein Smoking zu tragen. Das ist auch gar nicht lächerlich. Gute Nacht! Hast du Manschettenknöpfe? Nein! Ach, macht nichts. Um drei Uhr morgens kann man sich sowieso nirgendwo ein Smoking leihen. Okay, gute Nacht. Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor Proton. Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor Proton. Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor Proton. Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor... Au! Lennart? Was? Ich kann immer noch nicht schlafen. Sie hat sich richtig ausgetobt im Park, ja? Ja, es war echt süß, wie ihr miteinander gespielt habt. Es war ganz schön, mal einen Ball zu werfen, ohne von anderen ausgelacht zu werden. Es war auch ganz lieb, von dir den Ball wegen ihrer kleinen Beinchen nicht so weit zu werfen. Ja, das war die Absicht dahinter. Es gab heute Augenblicke, da hatte ich das Gefühl, wir sind eine kleine Familie. Ehrlich? Ja, ich hab nie daran gedacht, einmal Mutter zu werden. Aber als wir drei heute so viel Freude hatten, wurde mir klar, dass es mal sein könnte. Natürlich könnte es das. Vor allem, wenn unser Baby so lieb und ruhig sein wird, wie die kleine Söhne mit... Verdammte, scheiße, sie ist weg! Wo kann sie denn sein? Keine Ahnung, sie hat keine Nachricht hinterlassen. Du warst doch dafür zuständig, sie wieder in den Wagen zu setzen. Nein, das warst du! Das stimmt doch gar nicht! Allerdings! Und du wirfst den Ball wie ein Mädchen! Ich mache mir Sorgen. Ganz ruhig, Sheldon, es sind doch erst ein paar Minuten. Aber Professor Proton hat sich im Fernsehen nie verspätet. Er war jeden Tag um vier Uhr auf Sendung. Es sei denn, Tornados wüteten über Ost-Texas, dann wurden wir erst später zugeschaltet. Der Professor! Hallo? Oh, aber ja, ich verstehe. Ich, ja... Nein, kein Problem, wir können sie abholen. Ja, dann bis später. Ja, wiederhören. Wo steckt er? Er ist unten im zweiten Stock. Der arme alte Herr ist schon seit einer halben Stunde auf der Treppe. Sie sind es wirklich. Mr. Jeffries, ich muss mich aufrichtig entschuldigen, dass mit dem kaputten Fahrstuhl hätten wir Ihnen sagen müssen. Das sehe ich auch so. Professor Proton, es ist deine Ehre, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich einfach Arthur. Oh, Leonard! Hast du das gehört? Professor Proton hat gesagt, ich darf ihn Arthur nennen. Das bedeutet, dass wir Freunde sind. Nein, ein Freund hätte mir das mit dem Fahrstuhl gesagt. Sehen Sie bloß. Ich kann so nah an Sie herangehen, wie ich will, ohne dass meine Mom sagt, dass ich mir die Augen verderbe. Ist er gefährlich? Eigentlich ist er ein Genie. Ja, das bin ich. Das war keine Antwort auf meine Frage. Mr. Jeffries, ich bin Leonard und das ist meine Freundin Penny. Hi. Also, ich hoffe, ich habe, ich habe die Kinder nicht zu lange warten lassen. Auf die Show. Oh nein, hier sind keine Kinder. Nein, nein, die Show ist für mich. Kommen Sie, wir machen ein Rennen. Arthur. Ist das blonde Mädchen wirklich Ihre Freundin? Ja, Sir. Dann sind Sie das für die. Und, äh, machen Sie öfter solche Auftritte wie diesen? Also, das ist schwer zu sagen. Ich versuche noch herauszufinden, was, äh, was, was das hier ist. Ja. Wir wollten einfach nur etwas Zeit mit Ihnen verbringen und vielleicht etwas über Ihr Leben erfahren. Ach, da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu erzählen. Nachdem die Sendung abgesetzt worden ist, hat mich niemand in der, in der Welt der Wissenschaft ernst nehmen wollen. Daher musste ich für meinen Lebensunterhalt diese Kinderpartys, ähm, ähm, veranstalten. Das klingt zwar schlimm, aber trotzdem, mit Kindern zu arbeiten ist doch eine dankbare Sache. Die, die beißen einen oft. Sagen Sie mal, hab, hab ich das richtig verstanden? Sie, Sie beide sind wirklich Physiker. Ja. Und, und Sie erwarten heute von mir die Aufführung einer Kinder-Wissenschafts-Show? Ja. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, zwölf Fotos in Kleidung für verschiedene Jahreszeiten. Wissen Sie, ich bin ein echter Wissenschaftler. Ich habe meinen Doktortitel von der Cornell University. Ja, sehr schön. Haben Sie die Puppe dabei? Nein, nein. Ich, ich hasse diese Puppe. Oh. Nein, ja wie kann denn irgendjemand Gino den Neutrino nicht leiden? Ha? Ist er nett, da? Ich habe ihn für 20 Dollar bei Ebay bekommen. Inklusive die Versandte. Ha? Ich bin, ich bin doch wach, oder? Das, das, das passiert wirklich, ja? Cinnamon! Cinnamon! Möglicherweise erkennt sie ihren Namen nicht, weil Ratsch doch diesen Akzent hat. Gute Idee. Cinnamon, komm zu Daddy! Cinnamon, wo bist du, mein kleiner Lahmspieß? Nicht schlecht. Danke. Also wenn wir das blöde Vieh wiederhaben, sprich weiterhin so, das ist irgendwie antörend. Es tönt dich an, wenn ich genauso wie Ratsch klinge? Cinnamon! Okay, wenn, wenn ich jetzt das Ei oben drauf lege und wenn die Flamme dann ausgeht und, und, und der Luftdruck dadurch sinkt in dem Glaskolben, was, glaubt ihr, wird dann passieren? Ich denke, ich weiß es. Es wird eingesaugt! Es fällt dir den Kolben? Okay, ich wusste es nicht. Ja! Ich bin keine Wissenschaftlerin wie die beiden. Das, das habe ich mir schon gedacht. Äh, Kartoffeluhr, machen Sie die Kartoffeluhr. Was ist das? Äh, ich, ich betreibe eine Uhr mit Kartoffelenergie. Ja, leck mich, das können Sie. Echt mal, wäre das nicht die Lösung für die Energiekrise? Nein. Hören Sie, Sie können Ihr Geld behalten. Ich denke, ich, ich, äh, ich denke, ich bin fertig. Wieso, was ist los? Ist sie vielleicht der Grund dafür? Dann sorge ich dafür, dass sie geht. Nein, Sie, Sie ist der einzige Grund, warum ich noch nicht längst weg bin. Aber was ist es dann? Ich weiß nicht, ich denke, dass ich, äh, es liegt daran, dass ich nicht mehr, ähm, Professor Proton sein mag. Wie können Sie das nur sagen? Professor Proton ist der Beste. Und was bitte hat es mir gebracht? Ich meine, ich bin jetzt ein 83-jähriger Mann, der mit Kartoffeln in seinem Koffer umreißt. Äh, andere, andere Wissenschaftler halten mich für eine Witzfigur. Und, äh, der Puppenspieler, der den Gino gegeben hat, der hat es auch meiner Frau gegeben. Mr. Jeffreys, ich würde Ihnen gern noch etwas zeigen. Es tut mir leid, dass Sie solchen Kummer hatten. Ah, danke. Aber darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Die Kartoffeluhr, wie funktioniert die? Ist es eine Trick-Uhr oder eine Trick-Kartoffel? Wo, wo über unterhalten Sie beide sich? Ich habe Ihnen einen Fanbrief geschrieben, als ich noch als Kind in Texas war. Und Sie haben mir daraufhin dieses Autogrammfoto zukommen lassen. Bestimmt wissen Sie das noch. Was sagt es Ihnen, dass ich ein Armband trage, auf dem meine Adresse steht? Naja, was auch immer. Sie mögen es mir vielleicht nicht glauben, aber ich hatte keine Freunde, als ich ein Kind war. Doch, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber, ähm, ich hatte dafür Sie. Und jeden Tag um vier Uhr kamen Sie zu mir nach Hause, auf Kanal 68, und wir haben zusammen experimentiert. Wenn Sie nicht gewesen wären, wer weiß, was aus mir dann geworden wäre. Naja, statt ein Weltklasse Physiker wäre ich jetzt möglicherweise ein Penner. Ja, oder ein Chirurg. Ich wette, es werden jeden Tag irgendwo wichtige Entdeckungen gemacht, weil Sie es geschafft haben, Millionen Kinder für die Wissenschaft zu begeistern. Deren Entdeckungen sind dann gewissermaßen auch Ihre Entdeckungen. Ja, das ist wahr. Eine ganze Generation junger Wissenschaftler steht auf Ihren Schultern. Ja, danke, danke, Jungs. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie viel Sie uns bedeuten. Oh, oh. Arthur, geht's Ihnen gut? Ich, äh, habe ein Problem mit meinem Herzschrittmacher. Ich hole mal schnell Hilfe. Können wir ihn vielleicht an die Kartoffel anschließen? Nein. Hallo? Hm, was heißt, Sie haben einen Hund gefunden? Er ist bei Freunden. Geht das ihr gut? Oh, danke, ja. Äh, wie ist die Adresse? Ich bin schon unterwegs. Oh, und wenn sie Hunger hat, füttern Sie sie ruhig, aber nichts Stärkehaltiges. Heute Abend kriegt sie noch Risotto. Ihre Werte sind stabil, aber wir nehmen Sie für eine genauere Untersuchung mit. Wollen Sie, dass einer von uns im Krankenwagen mitkommt? Ich mach das. Er ist kein Verwandter, da ist es nicht erlaubt, oder? Doch, da gibt's keine Regeln. Oh, ja. Ich hab heute aber auch kein Glück. Wir packen Ihre Sachen ein und kommen ins Krankenhaus. Tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Ach, unter diesen Umständen freue ich mich, dass mich jemand den Weg nach unten trägt. Jetzt kann ich den Helden meiner Kindheit, ich kann den Krankenwagen mitfahren. Wenn wir jetzt noch die Kalenderfotos kriegen, ist das der beste Tag meines Lebens. Echt schlimm, dass sie weg ist. Was hab ich mir nur gedacht, ich wäre eine furchtbare Mama. Vielleicht beim ersten Kind. Kinder sind wie Pfannkuchen, der erste geht fast immer daneben. Wie sieht das aus? Ganz gut. Woher hast du das Bild von ihr? Das ist sie nicht. Ich hab einfach Pfiffi-Hündchen gegoogelt. Das ist ratsch. Sei ganz still. Hey. Blödes Timing. Bonadette ist gerade mit Cinnamon Gassi gegangen. Interessant. Laufen Sie dabei auch durch die Lügnergasse? Was? Eine Gasse durch die Lügnergasse. Wie du, du Baron der Lügner. Du hast sie? Oh Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hab euch vertraut und ihr lasst sie weglaufen? Das haben wir den Zettel schon seit Stunden. Es tut mir wirklich leid. Warte kurz, du hast sie schon seit Stunden? Ja, ich hab sie abgeholt, dann sind wir beide zur Massage, um uns zu beruhigen. Danach waren wir im Eissalon. Du hast gewusst, dass hier nichts geschehen ist und hast uns nicht mal anrufen können? Na ja, ich dachte, ich würde... Komm mir jetzt nicht so, Mister. Wir waren krank vor Sorge. Sie hätte immerhin ja auch tot sein können. Du solltest dich mal was schämen. Entschuldige, ich... Wenn ich schuldige, kannst du dir schenken. Nimm dir mal etwas Zeit und denk mal drüber nach, was du da angerichtet hast. Jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Du wirst mal eine wunderbare Mama. Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem Bein. Kam ein Kater zu dem Kätzchen. Pa, pa, pa. Danke, Scherden. Das, das, das war sehr nett. Wollen Sie, dass ich es nochmal singe? Nein. Sie, Sie wissen ja, aller guten Dinge sind vier. Ja, kann ich Ihnen noch irgendwas holen? Ein Apfelsaft, ein paar Kekse? Nein, nein, danke. Aber ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, wenn das geht. Aber gern. Also, ich bin bereits morgen für eine Kinderparty gebucht und, ähm, ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht dazu in der Lage. Nein, das geht auch nicht. Sie sehen furchtbar aus. Ja, danke. Na, jedenfalls glaube ich, dass Sie meine Vorstellung besser kennen als jeder andere auf der Welt. Und ich habe gehofft, dass Sie für mich einspringen. Heißt das, Sie möchten, dass ich morgen Professor Proton sein soll? Ja. Du meine Güte, was für eine Ehre. Oh, das ist, als würde ich gebeten, den Olymp zu besteigen und mit den Göttern zu speisen. Oder, ähm, mit einer koreanischen Familie in Erhemra. Aber Sie werden erkennen, dass ich nicht Sie bin. Soll ich mich vielleicht anders nennen? Professor Proton Junior? Klingt doch gut. Dann, ähm, wäre ich ja in gewisser Weise Ihr Sohn. Wie, wie auch immer, ja. Vater. Ach, was soll's. Wie, wie auch immer, ja. Zum Burbank Airport, bitte. Vegas, wir kommen. Keine Ehemänner, keine Freunde, keine Regeln. Keine Regeln? Wir werden uns doch nicht betrinken und einen flotten Sechser mit der Blumengrube machen, oder? Nein. Also gibt's doch ein paar Regeln. Na schön. Keine Ehemänner, keine Freunde, ein paar Regeln. Danke. Vegas! Sind die Frauen aus dem Haus, lassen die Männer die Sau raus. Alles ist möglich. Wir machen was ganz Verrücktes. Dungeons & Dragons! Wow! Ich hab' einen hübschen neuen Bikini, also gehen die Drinks am Pool auf. Die hier. Ich hab' ein sexy neues Schlauchtop, darauf steht, komm nur näher. Und ein Pfefferspray mit der Aufschrift, das ist nah genug, Alter. Und ich hab' alte Unterwäsche, die ich beim Konzert Garth Brooks zuwerfen werde. Und wieso alte? Weil ich ihn beim letzten Mal neue zugeworfen hab' und doch nichts passiert ist. Ich hab' einen funkelnagelneuen Satz von sieben polyindrischen Würfeln. Hallo, du neuer Würfelduft! Ich hab' meinen Helm herrschaftlicher Macht, meine Tempostiefel und für den Fall, dass es zu aufregend wird, mein Inhalator gegen Asthma. Ich setze meinen neuen, blutdurstigen, wilden Krieger ein, der jeden vernichtet, der ihm den Weg verbaut. Und ich hatte zu Mittag nur ein Salat und kann jetzt Pizza essen, soviel ich will. Hört mal, wollen wir hier sitzen und quatschen wie ein paar alberne Teenie-Girls oder wollen wir D&D spielen wie ein paar coole Teenie-Boys, die nie Sex haben werden mit diesen Teenie-Girls? Vegas! 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 The Dungeon of Mofuska Hiko! The Dungeon of Mofuska Hiko! The Dungeon of Mofuska Hiko! Ich bin ganz froh, dass Lucy heute Abend arbeiten muss. Das erspart mir das schwierige Gespräch darüber, was ich hier mit meinen Kumpels mache. Ist nicht jedes Gespräch, das ihr zwei führt, schwierig? Extrem sogar. Wenn am Telefon drei Minuten lang keiner von uns etwas sagt, können wir auflegen. Ich bin total verknallt. Wenn ihr so weit seid, fangen wir an. Ja, wir kommen sofort zu euch. Ach, Lennart, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, dass Howard an deiner Stelle der Spielleiter sein wird. Das ist zwar nett, aber keine Angst, manchmal sind Veränderungen gut. Du hattest auch Bedenken wegen Zachary Quinto als der junge Spock, aber dann fandest du ihn super. Ach, ich bitte dich, jedes Mal, wenn das Thema Veränderung aufkommt, hältst du mir Zachary Quinto vor. Mich verstört, dass der Briefträger eine neue Frisur hat. Zachary Quinto. Es regt mich auf, dass die Sommerzeit angefangen hat. Zachary Quinto. Es regt mich auf, dass die Sommerzeit endet. Zachary Quinto. Ich sag's jetzt zum letzten Mal. Zachary Quinto war ein außergewöhnlich wunderbares, unwiederholbares Ereignis. Also komm mir nicht mehr damit. Okay, es geht los. Ihr befindet euch jetzt in einem zugewachsenen, uralten Waldgebiet. Vor euch steht eine, eine gewaltige große Eiche und sie hat ein Gesicht, das ganz so aussieht wie das von Nicolas Cage. Das Gesicht sagt, Vorsicht, wenn ihr hier wandert. Dieser Wald ist die Heimat der bleichen Knochen von vielen gefallenen Hilden. Na, da siehst du es. Howard ist ein genauso guter Spielleiter wie ich. Äh, genauso gut? Er hatte eben auf dem Schulhof die Hose runtergezogen. Vier Auge. Hey, kommt Leute, konzentriert euch. Ähm, oh mächtige Nicolas Cage, Eiche. Wir danken dir für die Warnung, aber wir sind tapfere Krieger. Und nur der Tod kann uns von unserem Ziel abhalten. Oh, Lucy hat doch frei. Wiedersehen. Hey, 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 du kannst jetzt nicht gehen. Wir haben gerade angefangen. Du hast recht, ich muss zu Ende spielen. Ich nehme mein Plus-Eins-Langschwert, steche mir ins Gesicht, ich bin tot. Ich habe ein Dritt mit einer Frau. Bis dann. Es geht doch ohnehin. Also, da, seht nur. Eine gespensterhafte Gestalt erhebt sich aus Kutrapalis blutigem Leichnam und sagt, Keine Angst, Kumpels. Geichter Rats wird euch helfen, den Weg aus dem Wald zu finden. Das ist klasse. Also, ich bin ja nur eine Eiche, aber ich rate euch, hört auf euren Geisterfreund. Na los, gib ihm dein Essensgeld. Ich bin überglücklich, dass du heute doch noch Zeit hast. Bin ich auch. Auch wenn es nicht dein Job ist, mich glücklich zu machen. Aber wenn du Bedürftigkeit sexy findest, bekommst du ein Date mit dem heißesten Mann des Planeten. Soll ich dir was verraten? Ich war total nervös wegen unserer Verabredung und habe auf dem ganzen Körper ein Antitranspirations-Deo-Roller aufgetragen. Wirklich? Ja, wenn mir der Schweiß aus der Schädeldecke spritzt, weißt du wieso. Entschuldige, dass ich dir das zumute. Ist schon gut. Ich versuche ja, mich zu Dingen zu zwingen, die mich in Angst versetzen. Und was sind das alles so für Dinge? Mal sehen. Ich würde gerne meiner Friseurin sagen, dass ich keinen Pony mag. Ich finde deinen Pony schön. Oh, danke. Ja, ich mag ihn auch. Und was noch? Da steht's unentschieden, zwischen in einem Restaurant Essen zurückgehen zu lassen und Nein zu Zeitschriftenverkäufern an der Haustür zu sagen. Ja, das sind ziemlich halte Nüsse. Ich weiß, ich habe ein Zwei-Jahres-Abo von Waffen und Munition. Ich werfe mich mit meiner Schulter gegen die Geheimtür, um zu sehen, ob sie aufgeht. Sie geht auf. Sogar Geräuscheffekte kann er machen. Ich mache sonst auch Geräuscheffekte. Ein Schwarm blutdurstiger Fledermäuse schwirrt durchs Verlies. Sie greifen ein vorbeiziehendes Einhorn an. Also, ich habe auch einen Geräuscheffekt für deine Geräuscheffekte. Ratet, wer zurück ist. Ja, wie kommt denn das? Das ist eine gute Frage. Amy? Äh, wisst ihr, als wir durch die Sicherheitskontrolle gingen, wurde ich zum Abtasten aus der Schlange geholt. Die Frau von der Security wurde etwas übergriffig. Da habe ich ihr vielleicht mit dem Ellbogen die Nase gebrochen. Kurz gesagt, sie steht auf der Flugverbotsliste und wir wurden bestimmt von einer Drohne hierher verfolgt. Es tut mir leid, ich komme mir wie der letzte Idiot vor. So schlimm ist das nicht. Du hast Geld verloren, du schämst dich, du wurdest von einer Fremden begrapscht, du hattest das volle Vegas-Paket. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich gehe nach Hause, bevor ich euch auch noch das Wochenende ruiniere. Braves Mädchen. Nein, nein, Amy, warte. Ich weiß, so habt ihr euch das nicht vorgestellt, aber wieso setzt ihr euch nicht und spielt mit uns? Das wird bestimmt lustig. Was? Lustig? Also vor drei Wochen hast du Erdnussbutter mit Stückchen gekauft. Jetzt sollen die drei mit uns D&D spielen. Hast du ein Drogenproblem? Was ist schon dabei? Ratsch ist weg und wir könnten weitere Spieler brauchen. Naja, ich habe bloß noch nie mit Mädchen Dungeons & Dragons gespielt. Keine Sorge, Schätzchen, das hat noch niemand. Und? Was sagst du? Das überlasse ich dem Dungeon-Spielleiter. Ein satanischer Pilz, der verdächtig nach Al Pacino aussieht, schießt rasant aus dem Waldboden hervor und sagt, du spielst D&D. Du spielst D&D. Diese ganze Wohnung spielt D&D. So, wer will einen Drink? Ja, aber Penny, wir konsumieren kein Alkohol während Dungeons & Dragons. Er schwächt unser Urteilsvermögen. Oh, das ist nichts Alkoholisches. Das ist ein Zaubertrank, der mich dazu bringt, dich zu mögen. Schätzchen. Gib mir einen Doppelten, bitte. Okay, weiter geht's. Als nächstes steht ihr Angesicht zu Angesicht vor zwei Hulk-mäßigen Ogern. Was habt ihr in unserem Verlies zu suchen? Sterben werdet ihr. Oh, richtige Gänsehaut, siehst du? Was macht ihr? Ich greife zum Breitschwert. Ich nehme meinen Kampfstab. Ich trinke meinen Zaubertrank. Ich würde sagen, wir greifen die Monster an. Gib mir den Würfel, ich will würfeln. Nein, der, der Spielleiter muss eigentlich würfeln. Ja, und ich müsste jetzt in Vegas sein und nach Genuss eines Krabbenbuffets kotzen. Gib her. Na gut, was brauchen wir? Äh, 15 oder höher. 15 ist Vorgabe, Vorgabe ist 15 Platz für die junge Dame und es geht los. 16! Oh, bitte sagt mir, dass wir um Geld spielen. Oh nein, um was viel Besseres. Du hast gerade Erfahrungspunkte gesammelt. Noch mal Zaubertrank, bitte. Wie sind deine Krabben? Irgendwie komisch. Das ist klasse. Ach ja? Bedeutet komisch in Indien etwas anderes? Nein, nein, du wolltest mal dein Essen in einem Restaurant zurückgehen lassen. Das ist die Chance. Schon gut, ich lass sie einfach liegen. Mach dich nicht lächerlich. Kellner? Ist alles in Ordnung? Äh, ja. Ist auch alles bei Ihnen in Ordnung? Ja. Okay, danke. Wiedersehen. Warten Sie. Du hast ihm etwas anderes sagen wollen. Nein, es ist alles gut. Er kommt aus einem anderen Land und kennt unsere Gepflogenheiten nicht. Jetzt mach keinen Unsinn, sag es ihm. Ich muss mal auf die Toilette. Und nicht etwa, weil die Krabben komisch schmecken. Also ist alles in Ordnung. Äh, ja, entschuldigen Sie. Sie ist einfach sehr schüchtern. Bei unserer ersten Begegnung ist sie glatt aus dem Klofenster geklettert, um von mir wegzulaufen. Oh, oh. Hey, Raj. Lustige Geschichte. Komm schon, Mama will ein paar tote Oger. Siebzehn. Der größere Oger ist tot. Der andere Oger sagt, du hast meinen Bruder getötet. Jetzt ist unser Oger Weihnachten ruiniert. Das ist ja unglaublich. Er erweckt in mir Mitgefühl für Oger. Okay, Amy, ein Oger ist noch da. Schalt ihn aus. Ja, tu so, als wär's diese Security-Frau. Neunzehn. Das ist klar. Ja. Ja. Das Ganze ist ja doch besser als das Megas. Nein, das ist es nicht. Lucy? Hey. Lange nicht mehr gesehen. Du kennst mich noch nicht so gut, aber jedes Mal, wenn du aus einem Fenster klettest, um von mir abzuhauen, nackt das an meiner Männlichkeit. Tut mir leid. Wieso machst du das eigentlich? Weil du mich bedrängt hast. Ich wollte das Essen nämlich nicht zurückgeben und du hast mich dazu zwingen wollen. Okay, wenn ich dich verärgert habe. Wieso sagst du es dann nicht einfach? Wie soll ich dir sagen, dass ich verärgert bin, wenn ich der Friseure nicht sagen kann, dass meine Stirn das Beste an mir ist? Das ist beängstigend. Ja, aber ich hab dich wirklich sehr gern und das finde ich beängstigend. Hauptsächlich wegen der großen Fluchtgefahr. Wie kann es sein, dass du an mir gefallen findest? Weil du noch viel größere emotionale Probleme hast als ich und das finde ich sehr attraktiv bei einer Frau. Ich weiß auch nicht. Ich... Ich finde dich wunderbar. Mein Kopf beginnt zu schwitzen. Der Drache fällt hinunter aus luftiger Höhe und stürzt in den Schlund des Vulkans. Er ist noch nicht tot. Er kriecht heraus, breitet seine Schwingen aus und bereitet einen Angriff vor. Warte, nicht so schnell. Sagt er nicht noch etwas zuvor? Ja, mit der Stimme einer beliebten Berühmtheit vielleicht? Na schön. Also echt, jetzt nach so vielen Jahren sollte ich wissen, dass es falsch ist, über einen Vulkan zu fliegen. Ich blöde Idiot. Der Drache ist Leonardo DiCaprio. Das ist perfekt. Alles klar, Amy. Du bist an der Reihe. Noch ein Treffer. Mach ihn fertig. Wurfle. 15? Klarer Treffer. Der Drache fällt besiegt in den Schlund. Nein, nein, nein. Wartet, wartet. Und er sagt? Mutter, näherst du dich da? Dein kleiner Liebling. Er kommt nach Hause. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich bin emotional völlig ergriffen. Es mag nur am Zaubertrank liegen, aber ich finde, du bist ein 1A-Spielleiter. Ach ja, also wenn wir nach Hause kommen, nehme ich dich auf ein ganz anderes Abenteuer mit. Noch ein Abenteuer unter Wolowitz? Da schließe ich mich an. Schau denn, das war eine Anspielung auf Sex. Oh, dann bin ich raus. Oh, ich habe eine Idee. Da es ja sowieso nicht so bald passieren wird, lass es doch deine Figur und seine im Spiel miteinander treiben. Komm, unterstütz mich mal. Okay, ich werfe einen Liebeszauber auf Sheldon und Amy. Entschuldige, ich dachte, du willst. Egal. Der Liebeszauber zeigt Wirkung. Als Sheldon dann vor Amy steht, sieht er in ihr den hübschesten weiblichen Halborg der ganzen Unterwelt. Und ihn überkommt das Verlangen, ihr die Rüstung runterzureißen und zärtlich ihre vierhaarigen Brüste zu befingern. Als Amy Sheldon vor sich sieht, dann sieht er für sie einfach wie Sheldon aus, weil sie offenbar darauf steht. Was tut ihr? Das gefällt mir nicht. Da siehst du, was passiert, wenn Mädchen D&D spielen. Amy? 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 Was? Ich habe noch nie an meine eigene Tür geklopft. Was für ein wilder Ritter. Du musst nicht reinkommen, um mich aufzumuntern. Ja, danke. Sagst du das auch den anderen, denn die sehen das ganz anders. Ich sage dir, wie die das sehen. Die halten nämlich unsere Beziehung für einen Witz. Ich finde nicht, dass unsere Beziehung ein Witz ist. Ich glaube, ein Pferd kommt in eine Bar, der Barkeeper fragt, warum so ein langes Gesicht. Das ist ein Witz. Und ein guter sogar, denn ein Pferd hat ein langes Gesicht. Sheldon, werden wir beide je eine intime Beziehung haben? Oh Mann, das ist ein unangenehmes Thema. Amy, bevor ich dich kennenlernte, hatte ich nie das Interesse daran, mit jemandem intim zu sein. Und jetzt? Und jetzt was? Hast du jetzt ein Interesse daran? Ich habe es nicht ausgeschlossen. Wow, das macht mich an. Ich weiß, dass es für dich nicht so aussieht, aber für mich ist das, was wir haben, von beispielloser Intimität. Ich schätze, das weiß ich. Es ist nur... Etwas in mir will mehr. Mehr? Aber sieh uns doch an, wir sind seit drei Jahren zusammen und sitzen bereits auf einem Bett. Komm mit. Wir gehen wieder zurück. Nein, warte noch ganz kurz. Meine Elfenzaubererfigur und deine Halb-Org-Kriegerin unterliegen noch einem Liebeszauber. Und wir spielen das Spiel einfach nicht richtig, wenn wir das nicht durchziehen. Okay. Zuletzt hatten wir einen Drachen getötet. Während die anderen sein Leichnam plündern, entführe ich dich in eine angenehm lauschige Gegend, wo ich den Versuch wage, dir die Lederrüstung abzustreifen. Und sie fällt ab. Oh. Was tust du nun? Ich küsse dich auf den Mund? Ich erwidere mal den Kuss auf... Ebenfalls auf den Mund. Du jetzt. Ich nehme dir deine Rüstung ab. Was tust du? Auf erotische Weise streichle ich deine... Nase. Soffle weiter. Hey, ihr seid schon eine ganze Weile da drin. Ist alles in Ordnung? Uns geht's gut, danke. Wir wollten nur sagen, wir haben ein ziemlich schlechtes Gewissen, weil... Geht schon weg, Scherzen knabbert an meiner... 14! Jahr! 20! 20! 20! 20! 20! 20! 21! 21! 23! 20! Jedenfalls gestern im Videochat habe ich 20 Minuten lang wortelos Lucy nur in die Augen gesehen. Klingt romantisch. Dann erkannte ich, dass das Bild eingefroren war. Aber es war eins meiner besten drei Dates aller Zeiten. Und? Sie wirst uns Lucy irgendwann vorstellen? Ach, das würde ich gern, aber sie fühlt sich nicht wohl mit anderen Menschen. Ich habe mich früher auch nicht wohl mit anderen Menschen gefühlt, aber dann bin ich auf einen Trick gekommen. Ich stelle mir vor, dass jeder, dem ich begegne, eine geliebte Figur aus Star Trek ist. Das funktioniert gut für dich? Oh ja, unbekanntes Crewmitglied in roter Uniform. Leonard? Ich habe für dich vielleicht einen Job. Ich habe einen Job. Allerdings, er kümmert sich um all meine Launen. Nein, in ein paar Wochen schickt Stephen Hawking sein Team zu einer Expedition auf die Nordsee zum Test hydrodynamischer Simulation schwarzer Löcher. Einer seiner Experimentalphysiker ist ausgefallen und ich habe dich empfohlen. Und du denkst, ich hätte da wirklich eine Chance? Ja, ich war doch Hawking's Assistent. Er vertraut mir. Er kennt doch deine Forschungsarbeiten. Ich denke, das klappt schon. Ehrlich? Wow! Findest du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ich meine, du kennst doch Star Trek. Gehört ein Kerl ohne Namen in roter Uniform wirklich auf einer Expedition? Hey, hör auf ihn zu entmutigen. Das ist eine super Sache. Dich hat keiner gefragt, Uhura. Würdest du gerne einen kurzweiligen Infoklassiker von Cooper hören? Was denkst du, Rose? Sehr schön. Ich habe kürzlich einiges gelesen über die Sicherheit von Verkehrsmitteln. Hast du gewusst, dass die höchste Anzahl an Ertrinkungsunfällen auf oder in der Nähe von Schiffen passiert? Interessant, dass du das Thema aufbringst, da ich vielleicht auf einem Schiff arbeiten werde. Das haben die Infoklassiker an sich. Sie sind interessant. Ich weiß, was du vorhast. Du willst bloß nicht, dass ich die Forschungsreise mache, weil du Angst hast, allein zu sein. Ich habe keine Angst, allein zu sein. An Land. Auf hoher See wäre es entsetzlich. Wegen der Ertrinkungsgefahr. Sheldon... Na schön, lassen wir das ertrinken. Ich wechsle das Thema. Wer, denkst du wohl, würde eine Auseinandersetzung gewinnen? Du oder ein Hai? Also, ich weiß, deine charakteristische Mischung aus Sorge um mich und deiner bodenlosen Selbstsucht zu schätzen. Aber wenn ich die Chance dazu erhalte, kannst du nicht sagen, was mich davon abhalten wird. Wie du meinst. Zwischen dir und Penny läuft es besser als je zuvor. Ich hoffe, vier Monate der Trennung ändern nichts daran. Ich hätte damit anfangen sollen. Wenn du dir genau die Venus anziehst, müsstest du jetzt die internationale Raumstation vorbeifliegend sehen. Wow. Und dein Freund ist wirklich da oben gewesen? Ja, und ich bekam ein T-Shirt, auf dem steht, mein Freund war im All und ich habe nur dieses lausige T-Shirt gekriegt. War das T-Shirt auch im All? Nein, es ist genauso lausig wie der Spruch. Apropos Freunde, sie würden dich gern mal kennenlernen. Wir könnten doch mit ihnen etwas abhängen. Ich weiß nicht, wie viele sind es? Warte kurz. Sechs? Das ist verdammt cool. Ich habe sechs Freunde. Fast so wie es nicht dran. Gleich sechs? Das setzt mich ganz schön unter Druck und alle starren mich an und stellen mir persönliche Fragen wie Was machst du so? Wo kommst du her? Und wieso schließt du dich im Badezimmer ein? Okay. Wie wäre es, wenn du für den Anfang erst mal einen triffst? Wärst du auch dabei? Natürlich. Das wären schon zwei. Drei mit mir. Nein, das ist mir zu heikel. Und dann in meiner Nachmittagsschicht habe ich versehentlich ein ganzes Tablett voll Drinks auf mich gekickt. Das ist ja furchtbar. War es aber nicht. Mein Shirt war klatschnass und ich habe noch nie so viel Trinkgeld bekommen. Äh, eine Sache. Ich habe dir doch mal gesagt, dass die Ähnlichkeit der Gleichung der Relativitätstheorie und der Hydrodynamik darauf hindeuten, dass man das Äquivalent der Unruhstrahlung in großen und tiefen Gewässern finden könnte. Ja, das weißt du doch von mir. Jedenfalls will Stephen Hawkings Team die Sache untersuchen und ich wurde eingeladen mitzukommen. Wow, Hawking. Das ist gut für dich, he? Ja, und wie. Ich wäre dann allerdings für eine Weile weg. Wie lange denn? Drei, vier Monate. Wow. Wann würde es losgehen? In ein paar Wochen. Wow. Okay, dann komme ich dich einfach mal besuchen. Das ist es ja, das geht nicht. Ich bin auf einem Schiff auf der Nordsee. Auf einem Schiff? Haben die keine Angst, dass Hawking über Bord rollt? Nein, er wird nicht dabei sein. Er schickt nur ein Team zur Überprüfung seiner Theorie. Oh, na klar. So wie ich für dich die Spinne im Bad fangen musste. Wow, okay. Also vier Monate. Ja. Und ich bin etwas besorgt, weil es zwischen uns so gut läuft, denn ich will nichts tun, was das vielleicht vermasselt. Nein, Schätzchen, du kannst nur dann etwas vermasseln, wenn du hier bist, nicht wenn du weg bist. Na, hör mal, du wirst auf jeden Fall dahin fahren. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Aber das schließe ich nur aus dem, was ich vorhin bei deiner Erklärung nicht kapiert habe. Okay. Dann kümmere ich mich morgen um die Reisevorbereitungen. Ach, okay. Gut. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Klar. Sheldon ist nervös, weil ich wegfahre. Behältst du ihn so lange ein bisschen im Auge? Hm, du weißt doch noch, was passiert ist, als ich auf deinen Goldfisch aufpassen sollte. Dann spül Schaden im Klo runter und kauf mir einen neuen. Wirklich, ihr braucht für mich keine Abschiedsfeier zu machen. Ach, hör bloß auf. Wie oft sagt man schon, bon voyage zu jemandem, der wirklich auf eine abenteuerliche Reise geht. Hallo, Rajesh. Hallo, Amy. Schön, dich zu sehen. Was hast du denn? Es ist lustiger mit Akzent. Bier ist im Kühlschrank. Nein, ehrlich, Leute, macht keine große Sache draus. Lennart, du bist selbstsüchtig. Uns ist es wichtig, dir einen angemessenen Abschied zu bereiten, damit es für uns leichter ist, wenn du auf See stirbst und dich die Krabben fressen. Sheldon, Schätzchen, halt die Klappe. Was mir geholfen hat, Howard's langen Aufenthalt im All zu überstehen, war, dass wir beide vorher unsere Hauptzeit hatten. Bernadette, Schätzchen, halt die Klappe. Okay, ich habe an euch eine Bitte. Und schon kann der Kerl reden. Ich möchte dein Gehirn aufschneiden, um zu sehen, was darin vorgeht. An meinen Herrn lasse ich nur TV-Psychologe Dr. Phil. Folgendes, ich habe meiner neuen Freundin vorgeschlagen, euch gern zu lernen und es würde ihr leichter fallen, mit einem von euch anzufangen. Ach, herrje, ich weiß nicht. Nein, mein Terminplan ist ziemlich voll. Ich dachte auch eigentlich an Lennart. Oh, danke, Ratsch. Das wäre mir eine Ehre. Wie jetzt? Ich dachte, ich wäre dein bester Freund. Bist du auch, aber du hast eine extrovertierte Persönlichkeit mit deiner schrillen Kleidung und deiner voodialen Lässigkeit. Vielleicht wäre es ihr lieber, sich zuerst mit einem Mädchen zu treffen. Gute Idee, Bernadette. Wie jetzt? Weil, äh, du bist sehr hübsch. Das wirkt einschüchternd auf andere Frauen. Ach ja. Hey, ich bin hier nicht hübsch genug, um deine Freundin einzuschüchtern? Beruhig dich, Bernie. Du bist sehr einschüchternd. Dann muss ich wohl ran. Wieso? Weil du Witze machen willst, mir mein Gehirn aufzuschneiden? A. Das war kein Witz. Das war ein aufrichtiger Wunsch. Und B. Was wichtiger ist, ich war die Außenseiterin in dieser Gruppe und weiß, wie furchteinflößend das sein kann. Doch ihr habt mir das Gefühl gegeben, geliebt zu werden. Wie ein Familienmitglied. Na schön, ich mach es. Als ich dann anfing, mit Schalten auszugehen, lernte ich Lennart kennen und ebenso alle anderen. Und sie waren wunderbar zu mir. Das freut einen doch zu hören. Vielleicht können wir uns nächste Woche alle treffen. Oh, Lucy, du musst darauf nicht antworten. Setz sie bloß nicht unter Druck. Sie hasst das. Hab ich recht? Sag ihr, wie sehr du das verabschulst. Los, sag es. Beachte ihn nicht. Er ist etwas nervös, weil er denkt, ich verstünde die Schwere deiner Soziophobie nicht. Lass das. Bist du verrückt? Du kannst nicht mit einer Soziophobin über Soziophobie reden. Das macht sie erst recht, Soziophob. Entschuldige mal, ich bin Neurobiologin. Ich kann wohl etwas genauer beurteilen, was im Gehirn deiner Freundin nicht richtig funktioniert. Nennen Sie nicht meine Freundin. Wir haben noch nicht besprochen, ob wir Freundin und Freundin sind. Und jetzt, da es raus ist, bist du meine Freundin? Und falls du Nein sagst, werde ich niemals wieder glücklich sein. Ich mache aber keinen Druck. Ich fürchte, dass ich schnell mal aufs Klo muss. Wir können schon essen. So bald kommt sie nicht zurück. Das ist ja lächerlich. Wir kaufen Sachen für eine Party ein und erladen dann nicht mal eine Partyabteilung. Doch, hat er. Und sie ist hier. Also ich muss schon sagen, Penny, ich verstehe nicht, wieso ausgerechnet du dabei bist, Lennart in seinem Vorhaben zu bestärken. Wieso? Ich bin seine Freundin und finde das selbstverständlich. Naja, noch bist du seine Freundin. Ja, möglicherweise ist dir nicht bewusst, dass es eine alte Tradition gibt, nach der Männer auf See, wenn sie Trost suchen, diesen in den Armen und Kojen der anderen finden. Hey Schatz, das ist enorm wichtig für Lennart, okay? Er arbeitet dann für Stephen Hawking. Der übrigens nicht mit auf dem Schiff ist. Ich hab's überprüft. Eine so tolle Möglichkeit ist das gar nicht. Selbst wenn Hawking's Theorien zutreffen würden, beweisen sie nur, wo das Universum herkommt, wieso alles existiert und wie sein endgültiges Ende aussieht. Ich dagegen interessiere mich für die großen Fragen. Oh mein Gott, Sheldon, das Genie ist eifersüchtig auf Lennart. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin nur unzufrieden damit, dass alle guten Dinge immer ihm passieren und nicht mir. Also Schätzchen, das ist ein ganz natürliches Gefühl, okay? Aber das Gute, was Lennart hat, lässt deine Sachen doch nicht weniger wichtig sein. Ich erzähl dir meine kleine Geschichte. Es gab mal eine junge Frau in der Cheesecake Factory und sie war nicht gut in ihrem Job. Das warst du. War ich nicht. Aber sie war auch Schauspielerin und wir waren beide in der engeren Auswahl für eine Zahnpasta-Werbung. Sie bekam sie und ich war echt neidisch. Aber statt ihr wütend die falschen, blonden Haare auszureißen... Hast du dir deine falschen, blonden Haare ausgerissen? Ich sah ihr in die Augen, hab gelächelt und gesagt, ich freu mich für dich, weil Freunde das so machen. Sie lügen, um nicht kleinlich zu erscheinen? Ja. Wie? Na so. Ich freue mich ja so für dich. Wow. Kein Wunder, dass man dich für die Werbung nicht wollte. Hey. Hey. Ich wollte mich noch für Amy entschuldigen. Ihr Benehmen war echt das Letzte. Äh, redest du nicht mit mir oder ist das Bild eingefroren? Amy war nicht das Problem. Okay, ich weiß. Ich war's. Ich hab's übertrieben. Es tut mir leid. Danke. Weißt du, ich hab mir gedacht, vielleicht ist sich einzeln zu treffen zu anstrengend. Also am Freitag machen meine Freunde eine Party. Eine Party? Eine ganz kleine. Sie ist zur Verabschiedung von Leonard. Also, alle Aufmerksamkeit gilt ihm. Wenn du was Braunes anziehst und auf der Couch sitzt, bemerken sie dich gar nicht. Ich glaub, ich weiß nicht. Bitte. Ratsch. Lass mich nicht betteln. Und ich komme aus Indien. Ich weiß, wie das geht. Okay. Ja, danke sehr. Das bedeutet mir viel. Meine Freunde sind meine Familie. Es sei denn, du magst sie nicht. Dann sind sie für mich gestorben. Warst du schon mal einen längeren Zeitraum auf einem Schiff? Ja. Meinst du die Geschichte, als wir in der Piratenwelt in Disneyland fest saßen? Ja. Ich bin stolz auf dich, Leonard. Draußen auf den Hotzee zu arbeiten, monatelang? Das ist schon was Besonderes. Ich weiß, was die Wissenschaft angeht, ist das, das Abenteuer des Lebens. Ja, vielleicht deines Lebens. Ich bin im All gewesen. Das ist kein Wettbewerb. Du hast recht. Du hast recht. Ich bin wirklich stolz auf dich und du wirst mir fehlen, wenn du weg bist. Und Weltraum schlägt Wasser. Rajesh, ich dachte, Lucy kommt auch. Willst sie auch. Sie verspätet sich nur etwas. Du weißt ja, wie das ist. Frauen machen sich immer verrückt wegen ihrem Haar, Make-up und so. Sie kommt gleich. Hör auf zu nerven. Ähm, darf ich um euer Gehör bitten, wenn's geht? Das ist ein B für alle, die das absolute Gehör haben. Ich würde gern ein Toast ausbringen für meinen besten Freund, Dr. Leonard Hofstetter. Ihm wird eine einmalige und wunderbare Gelegenheit geboten und ich freue mich übermäßig für ihn. Danke sehr, Sheldon. Es muss dir schwergefallen sein, das zu sagen. Nein, ich meine es so. Ich freue mich wirklich für dich. Und so kriegt man eine Zahnpasta-Werbung. Cheers! Cheers! Das ist echt nett von dir, dass du versuchst, dich für Leonard zu freuen. Danke. Es musste ich fertig gemacht haben, als ich im All war. Oh nein. Kumpel, alles klar? Oh Mann. Was ist los? Ähm, nur so. Lies es vor. Raj, ich kann nicht zu der Party kommen. Das ist alles zu viel für mich. Ich glaub nicht, dass wir uns wiedersehen sollten. Es tut mir leid, Lucy. Entschuldigt mich. Raj, das tut mir leid. Mir auch. Es hat mich nicht fertig gemacht, als du im All warst. Ja, die haben auch Affen darauf geschickt. So, da wären wir. Ja. Du wirst mir sehr fehlen. Ach, du wirst mir auch fehlen. Penny, wir stehen in der roten Zone. Ja, die weiße Zone ist für Ein- und Aussteigen gedacht. Wir verstoßen gegen das Gesetz. Es war aber kein Platz in der weißen Zone, also. Ich glaube, dass wir uns E-Mails schreiben können. Das Satellikentelefon soll gut sein. Los, raus. Ich will nicht wegen dir ins Gefängnis. Jetzt bleib ganz ruhig. Jetzt ist Platz in der weißen Zone. Schnell, fahr einmal um den Flughafen rum. Hast du auch genug Inhalatoren? Ja. Und auch gegen Übelkeit? Du weißt noch, wie das in der Piratenwelt war. Ich hab alles da. Gut. Oh, großer Gott. Ein Polizist zieht in unsere Richtung. Wir sind aufgeflogen. Krieg dich ein, ich steig ja aus. Ich hab hier noch etwas für dich. Oh, Lennart. Ja, es ist nur ein herzförmiges Medaillon mit einem Foto von Lennarts Gesicht. Jetzt mach, mach, mach. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Keine Sorge, Officer. Die zwei lieben sich bloß. Wir schmuggeln keine Drogen. Ratsch, hier ist Penny. Bist du da? Ja, warte. Hey, ich komm grad vom Flughafen zurück und wollte wissen, wie's dir geht. Das ist sehr nett von dir. Komm, komm, komm rein. Aber nur kurz, ich hab Sheldon im Wagen gelassen und das Fenster ein Stück aufgemacht. Er hat zwar ein Rätselheft, aber damit dürfte er in 30 Sekunden durch sein. Geht's dir gut? Nein. Ach, es tut mir echt leid. Ach, es ist meine Schuld. Ja, da finde ich endlich die Richtige für mich und ich hab sie vertrieben. Oh, Ratsch. Penny, ich vermisse sie schon. Mhm, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich vermisse Lennart auch. Was ist, was ist nur los mit mir? Wieso, wieso kann ich keine Liebe finden? Das wirst du noch. Nein, ich, ich werde, ich bin nicht liebenswert. Ach, da spricht nur der Alkohol aus dir. Nein, ich hab seit gestern keinen Schluck getrunken. Du redest mit mir. Das mach ich. Ach! Und jetzt warte ich aus einem ganz anderen Gruschen. Ach, ich auch. Also ich schätze, ich will sagen, ich verstehe, was Lucy durchgemacht hat. Das ist schön, möchtest du weinen? Nein, Wasser ist gut. Jedenfalls, ich hab viel darüber nachgedacht und ich verstehe total, wieso Lucy so gehandelt hat. Ich hab's übertrieben. Wenn ich mich zurückhalte und ihr genug Freiraum gebe, gibt's noch eine Zukunft für uns. Ja, wisst ihr, das Komische am Leben ist, naja, dass man manchmal denkt, etwas wird... Hält der auch irgendwann wieder die Klappe? Aber dann wird's wieder gut. Das heißt, dass es erst mal besser, als wenn es nicht schlecht gewesen wäre. Und jetzt? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.